Musik Musik Aber der General Eisensteck hat wirklich gesagt, es dürfe nun hochnotpeinlich nachgefasst werden. Und es folgte eine etwas stumpfsinnige Befragung. Ich habe später schärfere erlebt, diese war stumpfsinnig. Es lag an dem Kühlisch. Der hatte nicht gelogen, da konnte man ihn auch nicht widerlegen. Und wer hätte schon Lust haben sollen, an dieser Glockengeschichte etwas zu widerlegen? Ausgerechnet der andere General, nicht der Eisensteck, ist nicht von den Rollmöpsen losgekommen. Ich hatte ja auch an der Stelle mit den Rollmöpsen etwas inniger zugehört, aber ein General sollte doch beim hochnotpeinlichen Nachfassen über die Frage hinauskommen, von welcher Art die Gurkenstückchen im Sauerfisch gewesen seien. Nicht so Netzdorf, Generalmajor. Das Kommandeurs Maul voll Wasser erginge sich über die Idealkombination aus Spreewaldgurken und norwegischem Hering und er gab bekannt, er habe einen Oberstleutnant aus der Beförderungsliste gestrichen, weil ihm in dessen Casino Rollmöpse mit Sauerkrautfüllung vorgesetzt worden waren. Da war es beinahe schon spannend, dass ein anderer, ein Zivilist mittleren Alters, der ganz leicht Sächsisch sprach, den Gauriedner Sombart gekannt hatte und sich dessen Äußeres und Inneres und Eigenes von Bauer Kühlig beschreiben ließ. Es war insofern spannend, als man sich lange fragte, wann der Wehrbauer mit seiner Schilderung einer Gauriednerhose ans Ende käme oder mit der Wiedererzählung einer Erzählung des Parteigenossen Sombart, die etwas mit Sonnenwendfeiern und Sonnenwendfeuern zu tun hatte. Wenn man überhaupt zuhörte, so tat man es unwillig, aber es schien ausgemacht zu sein, dass man ruhig zu bleiben hatte. Man flüsterte sich etwas zu und man lachte unterdrückt und nur der fragende Zivilist schien mit Hingabe bei der Sache zu sein. Als er den Ortsbauernführer das Sonnenwendlied Flamme empor aufsagen ließ, fragte ich den Gasmann, ist der Kerl ein Lehrer oder was? Und der Gasmann flüsterte und schien ganz vergnügt zu sein, oder was? Gestapo ist er. Gestapo? Und das gibt er zu? Das muss er ja wohl. Er hat seine eigene Personalakte bei sich gehabt, als sie ihn gegriffen haben. Hat wohl nicht mal dem Feuer getraut. Flamme empor, schlag noch eins. Er schien ehrlich ungehalten zu sein. Er meldete sich wie ein Schüler mit hochgestrecktem Arm und er rief laut, wenn ich einmal ganz woanders nachfassen dürfte, wo ihr da in Hamburg gewesen seid, wovon es dem einen von euch Glockenwächtern nachher an der Bimmel gebrannt hat. Ist das eine Einrichtung vom Reichsnährstand gewesen oder vom Reichswehrstand? Der Wehrbauer unterrichtete den Gasmann umständlich, dass der Reichsnährstand keine eigenen Einrichtungen dieser Art betrieben habe und dann bröselte das Abenteuer aus ihm heraus und es zog sich entsetzlich von der Ankunft auf dem Güterbahnhof Altona bis in eine Sanierstube am Millern-Tor und ich bekam die Augen nicht los von dem Mann, der bei der Gestapo gewesen war. Und ich hörte meinen Vater mit meinem Bruder reden, so gemein, wie er noch nie mit uns gesprochen hatte. Wenn du da hin willst, mein Sohn Joachim, sagte er, und an seiner überdeutlichen Aussprache und daran, dass er meinen Bruder Joachim nannte, konnte man seine Wut erkennen. Wenn du zu denen willst, dann musst du aber noch einiges lernen. Da ist es mit Hände an die Ohrenklatschen nicht getan. Dann, da musst du einem auch glatt das Ohr abreißen können. Musst dir vorstellen, der hat mit diesem Ohr einem Feindsender gelauscht, da gehört es abgerissen. Kommt auch nicht drauf an, weil der Kopf abkommt, wenn das Ohr einem Feindsender gelauscht hat. Ja, mein Sohn Joachim, da darfst du nicht denken, es ist aber doch der Kopf von Schuster Henke, das ist doch mal bloß ein tüdeliger alter Mann. Da darfst du nur denken, durch dieses Ohr hat der Feind seine Gräuel-Propaganda in unser Vaterland hineingeschleust. Es gehört abgerissen. Da brauchst du gar nicht so grün zu gucken. Wenn du dich bei denen melden willst, musst du dich auf sowas einrichten. Einem die Fingernägel abtreten? Kannst du das schon? Musst du aber bei denen können, weil der Feind seine Geheimnisse sonst nicht rausrückt. Bevor du die Bewerbung ausfüllst, setz dich aufs Fahrrad und fahre nach Edelag. Da fragst du in der Wirtsmittelfabrik nach Herrn Stöver. Musst dir einen harmlosen Grund ausdenken, aber das musst du sowieso lernen, wenn du nun geheimer werden willst, mein Sohn Joachim. Herr Stöver arbeitet im Lager und früher war er Uhrmacher. Das sollte man gar nicht denken, wenn man seine rechte Hand sieht. Er hat so klumpige Finger. Die sehen aus, als ob auf jedem Finger einmal einer mit Langschäftern gestanden hat. Das musste sein, weil eine Bombe gefunden worden war und das Uhrwerk konnte ja von Herrn Stöver stammen. Da durften deine Kameraden von der geheimen Polizei nicht weich sein. Da mussten sie hart sein und Uhrmacher Stöver auf die Fingernägel steigen. Ob du das wohl kannst, mein Sohn? Und ob du wohl kannst, was deine geheimen Kameraden als erstes von dir erwarten, dass du zu ihnen gehst und sagst, mein Vater sagt, ich soll nicht zu euch gehen. Vielleicht lassen sie dich dann an mir üben. Was meinst du, Joachim Niebuhr, ob du das wohl möchtest? Wir haben beide geheult, ich und mein Bruder auch. Und mein Bruder war damals beinahe schon 18 und er hatte doch bloß einen Werbeprospekt nach Hause gebracht, in dem stand, was man alles werden konnte, wenn man sich zur SS meldete. Zum SD konnte man dann gehen und ukrainische Banden bekämpfen. Da lernte man erst Ukrainisch und Nahkampf und dann schlich man sich in eine Bande ein und gerade wie sie uns einen Schlag versetzen wollten, nahm man die Banditen fest. Ritterkreuz Oder man konnte zur geheimen Feldpolizei gehen. Da musste man auf die Sauberkeit in den Reihen der Soldaten des Führers achten und aufpassen, dass sich keiner von den Banden in unsere Reihen schlich und so tat, als gehörte er in unsere Reihen. Man konnte das Kriegsverdienstkreuz mit Schwertern dafür kriegen. Wenn man aber zur geheimen Staatspolizei wollte, musste man von den scharfsinnigsten, mutigsten und härtersten einer sein und von den treuesten auch. Weil es die Geheimsten waren und es gehörte eine germanische Verschlossenheit dazu. Und sie waren so selbstlos, dass nicht einmal erwähnt war, ob sie auch Orden bekämen. Ich hatte mit meinem Bruder seine Aussichten besprochen und meine gleich mit. SD kam für ihn nicht in Frage, weil er bestimmt nicht ukrainisch gelernt hätte. Und ich, behauptete er, hätte von allen geforderten Eigenschaften höchstens die germanische Verschlossenheit zu bieten. Aber auch nur manchmal. Und manchmal wäre ich mehr ein welcher Lügenzwerg. Und dann kam mein Vater und hat uns mit seiner Gemeinheit zum Heulen gebracht und für Finger zertreten und Ohren abreißen waren wir beide nicht die Richtigen und für das Vaterverpetzen auch nicht. Und wir haben uns beide nirgendwo gemeldet und haben beide gewartet, bis sie uns holten. Und mein Bruder war jetzt tot und mein Vater auch. Auch ich hatte nun Kameraden, von denen waren zwei General und einer war Gasmann und einer war Ortsbauernführer und einer war Hauptsturmführer und einer war von der geheimen Staatspolizei. Und beinahe war es nicht zu glauben, dass ich nur der Grenadier Nibur sein sollte. Ich glaube, ich habe, was das Schinkenkloppen betrifft, schon meine Meinung gesagt, aber ich kann es gern noch einmal tun. Ich kann gar nicht oft genug sagen, wie bodenlos dumm ich es finde, wenn ein erwachsener Mann einem anderen erwachsenen Mann die Augen zuhält und ein dritter erwachsener Mann trischt dem zweiten mit aller Kraft auf den Hintern und der muss dann raten, wer von all den anwesenden erwachsenen Männern der Drescher gewesen ist. Wenn man Pech beim Raten hat oder die anderen verabreden sich gegen einen, dann kann man richtig durchgeprügelt werden, Schinkenkloppen. Der Gasmann hatte es ja angekündigt, aber es überraschte mich doch, als General Eisensteck nach dem Kapusta fassen und kurz vor der Schlafenszeit in seiner fröhlichen Art zu diesem Idiotenspiel aufrief. Meine Herren, Schinkenkloppen, wer ist denn dran, meine Herren? Hauptmann Schulzki war dran, doch er sagte, als er hier neu auf Festung gekommen sei, habe man ihn mit der Begründung fürchterlich hergenommen, einem Neuen stünde das etatmäßig zu und hier sei er nun ein Neuer. Ich sah mir den Hauptmann an, er hatte eben einen guten Freund gewonnen, aber ich wollte mich nicht zieren, auf meinen Hintern kam es mir nicht mehr an. Da legte sich jemand für mich ins Mittel, ein langer und knochiger Mann, der ein fremdartiges Deutsch sprach, mit kehligem CH und Wörtern dazwischen, die meinem heimischen Platt verwandt zu sein schienen. Das gehört sich nicht, sagte er, mit einem Arm in Verbindung. Und als er keinen kennt, wie soll er sagen, wer ihn gekloppen hat? Also war Hauptmann Schulzki doch dran und der knochige Lange hat ihm gleich so eine versetzt, dass der Hauptmann ohne Zögern, wenn auch unter Stöhnen, rufen konnte, das war der Gärtner. Alle Bestätigten begeistert, dass es der Gärtner gewesen sei und der Gärtner ließ sich vom Hauptmann Schulzki die Augen zuhalten und streckte seinen knochigen Hintern aus. Er hatte sich wohl entschlossen, mich ein wenig zu beschützen, denn als General Eisensteig endlich rief, Schinkenkloppen einstellen, meine Herren, vorbereiten zur Nachtruhe, sagte der Gärtner, der Herr Jung muss in der Verhollecke, Herr General. Und so bekam ich einen Platz, an dem ich mit meinem Arm einigermaßen zurechtkam. Man legte sich auf den blanken Boden aus brüchigem Asphalt, alle auf die rechte Schulter, anders hätte der Platz nicht gereicht. Man unterhielt sich noch, aber gedämpft, der Schließer hatte schon zweimal mit dem Schlüsselbund an die Tür geschlagen. Der Gärtner hockte sich zu mir in die Verhollecke und sagte leise, diese Wehrmachtsbrüder haben kein Ehrgefühl, aber mußt ihr nicht graulen, wir halten zusammen. Danke, sagte ich, was bist denn du für ein Landsmann? Ich bin von den Niederlanden, sagte er. Das ist eine dumme Frage, sagte ich, weil ich von mir selber auch nicht weiß, wie ich hierher komme, aber wie kommt ein Holländer hierher? Jung, die Frage ist nichts verkehrt, sie ist ganz recht. Es kommt alles, weil ich Gärtner bin, Tulpingartner. Wenn du schon hier gewesen warst, wo ich in der Reihe war mit mein schönstes Erlebnis, dann wusstest du, wie ein Tulpingartner hierher kommt. Ich heiße Jan Beveren, da war mein schönstes Erlebnis schon bald in der Reihe. Das war, wie ich eine grüne Papageientulpe gezogen habe. Ich habe sie grün geschlitzte Busbeck gedürft und bin auf die Ausstellung gekommen. Ich konnte dir das bald verzählen. Ja, sagte ich, das mach mal. Da bin ich wirklich neugierig. Grüne Papageientulpen und dann hier. Ich verzähle dir das lang, wenn Zeit ist. Kurz ist es so gesagt, mich haben sie hier bei einem Lager festgestellt, wo ich durch die Anforderungen von dem Kommandant war. Der hat die Tulippen sehr geliebt. Er hat mich von Holland hergeholt, wegen die großen Rabatten. Ach, wenn Frühling war in dem Lager, das war ein schönes Bild. Jetzt blören sie bald, wenn der Polak sie nicht ausgehackt hat. War denn das hier? War das in Polen, wo du Tulpengärtner warst? Der knochige Gärtner seufzte und er schien es aus Kummer über sein Pech zu tun, aber auch aus versetztem Heimweh. Ja, sagte er, in Polen, jetzt wieder Polen, ganz südlich, etwas westlich, schöne Äcker für Tulpen, überhaupt eine schöne Äcker, nicht weit von Krakau. Auschwitz hieß das. Ebenso gut hätte er sagen können, er sei der Jünglingsmörder Harman, der seine Blumen mit Blut zu düngen liebte. Dalien Harman hieß die Drohung, die im Abendschatten lauerte. Wegen Harman lief man davon, wenn man allein war und ein Fremder fragte nach dem Weg. Harman war ein Deckname des Teufels und darum war Harman auch nicht tot, obwohl man ihm den Kopf abgeschlagen hatte und auch darum hatte es Harman nie gegeben. Harman und alle Hexen und jener Hagen und der Sachsenschlechter und der Brandstifter von der Luppe und Rasputin und Lucrezia Borgia das waren Namen des unbegreiflich Bösen. Sie waren unbegreiflich, weil sie so überaus böse waren. Sie ließen sich nur aushalten, weil sie sich nicht begreifen ließen. Sie ließen sich aushalten, weil man sie nicht begreifen konnte und weil man sie daher nicht ganz glauben musste. Vor dem letzten Erschrecken konnte man in den Gedanken ausweichen, das ist ja nur ausgedacht. Auschwitz war auch so. Es war erst jüngst in die Schreckensreihe gekommen und es war ein Gräuelwort, das sich auch in anderem abhob von den anderen Gräuelwörtern. Niemand bespuckte mich und sagte, es sei wegen Hagen von Tronja oder Rasputin oder Hamann. Niemand brachte mich in einen Zusammenhang mit denen und leitete irgendwelche Rechte daraus ab, das Recht mich am Halse zu würgen oder in ohnmächtigem Grimm Tränen über mich zu vergießen. Aber zu Auschwitz brachten sie mich in Zusammenhang und es half mir nichts, dass ich zuerst nicht einmal gewusst hatte, ob dies der Name einer Person oder einer Sache war. Aber natürlich, wenn man erst einige Male mit Händen und mit Blicken und mit Schreien gedrosselt worden ist und jedes Mal hat es Auschwitz dazu geheißen oder Auschwitz oder Majdanek, dann erkundigt man sich nach diesem Auschwitz und diesem Majdanek und man lernt, dass es mit Auschwitz ähnlich wie mit Hamann geht. Niemand hat Hamann gekannt. Niemand hatte Umgang mit ihm. Jeder hatte erst aus der Zeitung über ihn erfahren. Keiner glaubte ihn ganz. Sie sollen gewesen sein, heißt es, dieser Hamann und dieses Auschwitz. Aber wer weiß, die Leute reden viel. Sicher gibt es Mörder, hat es immer gegeben, aber streunende Jünglinge zerhacken, du lieber Gott. Ein Mörder, den sie hergerichtet haben, dass er taugt fürs Panoptikum. Grausamkeit gewiss, es gibt Grausamkeit, aber es gibt auch die Grenzen der menschlichen Grausamkeit. Kannibalismus, das ist Afrika, aber doch nicht Hannover. Es sollte auch Grenzen der Rachsucht geben. Der Pole geht einfach zu weit in seiner Rachsucht. Vielleicht merkt er das selbst und das ganze Gerede von diesen Lagern kommt vom schlechten Gewissen, dass er nun einen Grund hat, uns so zu behandeln. Sicher gab es Lager, hat das immer gegeben, haben die Engländer erfunden im Burenkrieg. Wenn man seine Gefangenen nicht unterbringen kann, kann man sie nur noch umbringen. Wir haben sie untergebracht. Oder hätten wir sie herumstreunen lassen sollen? Jeder sieht zu, wo er ein Dach über den Kopf kriegt, ja? Jeder kümmert sich selbst, dass er was in den Bauch kriegt, ist doch einfach Unsinn. Wer soll denn einen Krieg führen, wenn das Hinterland voll ist von unversorgten Gefangenen? Geht nicht, leuchtet ein. Also einsperren oder umlegen? Wir haben sie eingesperrt. Und jetzt etwas für den gesunden Menschenverstand zu diesen angeblichen Vernichtungslagern. Hätten wir die Leute erst einsperren müssen, wenn wir sie vernichten wollten? Hätten wir uns die Mühe gemacht, Zäune gezogen, Latrinen ausgehoben, Baracken aufgestellt, wenn wir die Brüder doch nur unter die Erde bringen wollten? Also, Herrschaften, die Sieger sind immer im Recht, aber deshalb muss man doch nicht gleich die Vernunft abschaffen und Vernichtungslager erfinden, Auschwitz und wer weiß was noch. Ich hörte solche Beschwichtigungen gern, denn wenn man schon ungut mit mir verfuhr, so wollte ich mich doch darüber empören können. Das wäre aber schlecht gegangen, wenn es die Gründe wirklich gegeben hätte, deretwegen mir polnische Leute weinend an die Gurgel fuhren. Und als sie mich nur auf das Geschrei einer verstörten Frau hinter eine Backsteinmauer warfen, war ja unfasslich und sehr fassbar am Tage, welche Erfinder diese Polen waren. Denen war wirklich nicht genug, dass sie uns hatten. Sie wollten uns auch noch in Auschwitz und Majdanek gesehen haben. Unmenschlich sollten wir dort gewesen sein, sagten sie und taten mich in ein Gefängnis. Mich, der nur unschuldig war. Sehr menschlich, danke. Vielleicht kam noch einer und sagte, ich sei Haman. Vielleicht hatte die Frau Haman in mir erkannt. Die waren verrückt, mich hier einzuschließen und solange sie das taten, brauchten sie mir nicht mehr mit Auschwitz zu kommen. Freilich, jetzt waren nicht sie damit gekommen. Ein holländischer Tulpengärtner hatte Auschwitz gesagt, hatte gesagt, er sei dort gewesen. Es hätte besser gepasst, er hätte gesagt, ich soll in diesem sagenhaften Auschwitz gewesen sein. Aber er hat gesagt, ich bin dort gewesen. Man sagt doch nicht, ich bin Haman, wenn man es nicht ist. Man sagt doch nicht, ich war in Auschwitz, wenn es das gar nicht gibt. Doch die Polen schienen stark an dieses Auschwitz zu glauben, wenn sie schon jemanden verriegelten, der nur Gärtner dort gewesen war. Die Lösung war einfach. Der Gärtner konnte so arglos von Auschwitz reden, weil es keinen argen Grund gab, seinen Aufenthalt dort zu verschweigen. Es war, als redete ich von Marne und sagte, ich bin da Buchdrucker gewesen. Ganz ging das nicht auf, denn bestimmt hätte ich meiner Herkunft aus Marne nicht ohne sichernden Vorspruch bekannt gegeben, wäre Marne in ähnlichem Ruf gewesen, wie dieses Auschwitz es war. Es ist zur Arglosigkeit nicht Grund genug, dass man nur Gärtner gewesen ist, an einem Gräuelort. Es ist zur Arglosigkeit noch nicht einmal Grund, wenn man Buchdrucker gewesen ist, an einem schönen Ort mit dem unumraunten Namen Marne. Denn auch so einer, das ist bekannt, kann hinter viele Riegel kommen. Wie viel rascher erst einer, der an einem Gräuelort gewesen ist und sei es auch nur als Fachmann für Tulpenrabatten. Du Gärtner, sagte ich zu dem knochigen Holländer, stört es dich, wenn ich noch rede und noch was frage? Ich kann bestimmt nicht schlafen. Alles ist neu und die Pfote tut weh. Kann man dich fragen oder machst du wegen deines Halses ein Geheimnis aus dir? Wenn du klar sprichst, kannst du alles sagen. Mein Hals braucht keine Sorgen. Sag ich mag zu dir. Sagst du Jan zu mir. Gut, Jan. Danke, Jan. Was ich fragen wollte, haben sie dir gesagt, warum sie dich eingesperrt haben? Ich weiß von mir nur Gerüchte, aber richtig gesagt hat keiner etwas. Und wie sagt das Gerücht? Sie reden von mir als eine Morderka. Morderka? Mörderin? Das ist nicht schön, sagte der Gärtner. Der Gestapo-Mann richtete sich in der Löffelreihe auf und sagte, kann nun mal Ruhe eintreten? Und Jan antwortete, Halt die Fresse, Polizist! Und zu mir sagte er, das ist verschieden. Die einen haben gesagt gekriegt, warum, die anderen haben allein gewusst. Und du? Ich konnte mich nicht verwundern. Kommst du von Auschwitz in Uniform, fassen dir die Polen, sperren sie dir ein, wenn sie dir nicht an Baum hängen. Was für eine Uniform? Wie deine? Wie meine? Du meinst, wie dies Tarnzeug? Warst du denn SS-Mann? Hauptschaufführer? Ich denke, du warst Gärtner. Jan Beveren erheiterte diese Frage. Er kam vor Lachen und Kopfschütteln lange nicht zu einer Antwort und den Kopf schüttelte er auch noch, als er endlich sagte, Entweder, wenn du das spielst, wie du nichts weißt, bist du Weltmeister, oder man muss erkennen, wie kurz der Soldat du bist. Aber, Mensch, bei Soldaten ist Koch ein Feldwebel und Automechanik ist Unteroffizier und Lagerverwalter für Gasmasken und Schrumpfe ist auch Feldwebel und Tulpengartner ist Hauptschaufführer. Und das ging? fragte ich. Die haben dich von Holland wegen der Tulpen geholt und haben dich in eine Hauptschar Führeruniform gesteckt? Zwei Mogeligkeiten, sagte er, Weltmeister. Oder ich wunsch mir, die Polen sind so so naiv wie du. Naiv? Ich weiß nicht, ob ich das bin, aber mit der Beschuldigung müsste auszukommen sein. Sagst du mir trotzdem einen Grund? Naiv ist, wenn du denkst, der Kommandant holt einen Zivilisten in das Lager, einen aus Niederlanden, irgendeinen. Wenn er weiß, er hat einen Kameraden bei die Tulpengartner, er holt den Kameraden. Woher wusste der Kommandant von dem Lager in Polen denn, dass es dich in Holland gab? Kindchen, weil er vorher in Holland gewesen ist und hat mich gekannt von Einsatz. Ich verstehe. Glaubst du? Nein, ich verstand nicht und ich ärgere, er mich über den spöttischen Ton des Gärtners und dass er mich Kindchen genannt hatte, ärgerte mich auch und der Schmerz hackte mir in den Arm und heiß war mir und die Zunge füllte meinen Mund und langsam war es mir gleich, was mit den Tulpen in Auschwitz war. Kannst du mir einen Schluck Wasser geben? sagte ich und der Hauptscharführer, der ein Tulpenfachmann war, stieg über die Schlafenden hinweg hinüber zur Klosette-Ecke. Der Gestapo-Mann richtete sich wieder auf und sagte in beleidigtem und sehr sächsischem Ton, wie lange geht denn das nun noch? Halt die Fresse, Polizist, sagte ich und das erfreute den Hauptscharführer. Richtig, Kamerad, lass dir nicht obsplänen von den Scheiß-Gandaren. Er brachte mir ein russisches Kochgeschirr voll Wasser und ich ertränkte und ich ertränkte mich beinahe und als ich zurücksank, hatte ich nur noch für die Frage Kraft. Die Polen sagen böse Sachen, wenn sie Auschwitz sagen. Stimmen die? Ich hatte ja mit den Tulpen zu tun, sagte Jan Beverin, aber gehört hat man viel. Es wird wohl stimmen, was der Polak vertellt. Mit einem bekümmerten Seufzer, den ich diesem knochigen Menschen gar nicht zugetraut hatte, legte er sich als letzten Löffel an die Reihe und er achtete, dass mir genügend Platz in der Verhohlecke blieb. Ich würde den brauchen, das war schon sicher, denn manchmal schien es einzig möglich, von dem schlagenden Schmerz fortzukommen, wenn ich den Arm in Gips von mir streckte, soweit es nur ging und als ob ich das brandige Wüten dadurch ableiten könnte, scharrte ich mit den Füßen und mit der heilen Hand über den rissigen Zellenasphalt und zweimal merkte ich, dass mich der Gärtner wieder in die richtige Lage schob. Aber beide Male war ich nicht ganz sicher, ob es wirklich der Gärtner war, der mich an den Füßen fasste und ob es wirklich meine Füße waren und ob ich wirklich noch unter den Lebenden war und ob ich wirklich noch lebte. Ich sah meine Beine auf dem toten Wagen des Lazarets von Puvavi, sah sie wie Knüppelholz, zwischen anderem Knüppelholz und die Löffelreihen neben mir waren die Reihen der Gestorbenen vor dem Sezierzelt. Zwei Mann, vier Griffe, schrie der Sanitäter und sie packten uns an Händen und Füßen über den Knöcheln und hieften uns mit Schwung auf den Schneidetisch und wenn einem etwas fehlte, Fuß oder Bein oder Arm, ging der Scherz, Korrektur, zwei Mann, aber nur drei Ecken und wie nun? Und der Scherz ging weiter mit Gesang, der Kerl hat nur drei Ecken, drei Ecken hat der Kerl und von Gesang begleitet flog der unvollständige Leichnam auf den Tisch. Wie aber würden sie mich nun packen, wo ich der Ecken vier wohl hatte, deren eine aber unförmig war von Gips, so dass selbst eine knochige Gärtnerhand sie nicht würde umgreifen können? Ratlos würden sie sein und da hatte ich Aussicht mit dem Ruf durchzudringen, ich bin gar nicht tot, wer nicht tot war, brauchte nicht vier Ecken für vier Griffe, denn der durfte nicht auf den Tisch, der musste im Verhohleck bleiben, der blieb im Sterbeverschlag, der in irgendeinem anderen Leben das Café Sacher hieß. Ich wusste aber auch, dass ich nicht im Café Sacher war, denn hier waren nicht die Wiener an der Reihe, hier waren die Holländer an der Reihe. Es musste mich einer verraten haben, einer, der wusste, dass ich ein Fachmann für Hühnerfutter war. Großer Gott war das gut, da konnten sie mich nicht zu Hamann stecken, der mit dem Blut von tausend jungen Männern seine Dalien gezogen hatte und die Polen hatten es aufgedeckt und weinten den Namen seines Gartens. Oschwitzschim weinten sie und Jadwiga weinte auch und hatte so kurzes Haar wie ich und von meinem Anblick wurde ihr übel und sie wollte die Tulippen nicht, die ich für sie auf der Mauer fand. Ich kroch aus dem Schlaf wie aus einem Berg von Staub, Mull und rostigen Splittern, zerschrammt war ich und befilzt und mein Arm und mein restlicher Körper wogen einander auf. Als wollte mir der Himmel behilflich sein, mich hineinzufinden in die neue Welt, war der Gefängnishof voll starkem Frühlingslicht und meine Generäle und Gärtner und Bauernführer waren wirklich bis in die grindigen Ohren. Gefangenschaft, wie ich sie kannte. Vor dem Klosett standen sie Schlange und ermunterten oder verfluchten den Mann im Verschlag. Frühe Wanderer zogen im Eilschritt ihre Bahnen von der Fensterwand zur Türwand und wenn zwei nebeneinander gingen, achteten sie, dass sie nicht im Gleichschritt gerieten. Matrosen tanzen nicht zu La Paloma und Eingesperrte meiden den Gleichschritt. Unter den Fenstertrallien machte der Hauptmann Schulzki Kniebeugen und zwei alte Männer standen da und atmeten tief die Luft, die dort noch frisch war. Ein Kübel mit Wasser kam, ein Kochgeschirrdeckel für jeden, der sich waschen wollte. Man goss sich den Spritzer auf den Kopf und verrieb ihn, wohin er noch reichte. Das Brot war schon geschnitten und es wunderte mich nicht, dass der Hauptsturmführer der Verteiler war und es wunderte mich auch nicht, dass alles ohne Murren ging, denn neben dem Hauptsturmführer stand der Hauptscharführer und hielt die knochigen Gärtnerhände locker auf dem Rücken verschränkt. Alles wie gehabt. Die Brotpicker, die ihre Portionen in Molekülen verzehrten, die anderen mit dem Seehundsschlund, durch den der Kleie kolloben, wie ein Hering glitt, die Lorke Schlürfer, denen man ansah, dass sie bei einem fernen Mokka waren oder bei einem verschnurrten Frühstück mit Morgenrock und Milchkaffee, die Verzehrer, die nur in Kalorien dachten und die Alchemisten, die glauben, dass eine Speise sich mehrt und wandelt, wenn man sie nur lange genug im Munde hält. Die Bewerter, von denen die überraschende Nachricht kommt, auch diese Mahlzeit sei nicht als ausreichend zu betrachten und die verfluchten Hunde, die stets von Rührei und Räucheraal sabbeln müssen. Neu, wirklich neu, war nur der Generalmajor Netzdorf. Mit dem Ruf in sehr generalischem Ton, also zur Entkotung, trat er hinter die spanische Wand und ein Stöhnen antwortete ihm. Er hielt sich lange auf und er spülte bemerkenswert oft und weil ich neu war, bedachte er mich mit einer Erklärung. Passen Sie auf, Grenadier, man hat sie wahrscheinlich gelehrt, die Zähne zu putzen, die Nase zu schnauben, die Eichel zu seifen, auf Posten zu sein, an allen ihren Ein- und Ausgängen. Wie aber hat man sie unterwiesen, soweit es die Entkotung betrifft? Hat man sie überhaupt unterwiesen? Wahrscheinlich schon, jedoch zu einer Zeit, die Ihnen gar nicht mehr erinnerlich ist. Man hat sie aufs Töpfchen gesetzt, hat sie belobigt für Pipi und A-A und hat Ihnen das Poposchen gewischt. Eines Tages haben sie selber wischen dürfen, was zunächst auf ein Verteilen auf die kleinen Bäckchen hinausgelaufen ist und wenn sie in einem ordentlichen Hause aufgewachsen sind, haben sie erfahren, dass man sich hinterher die Händchen zu waschen hat. Haben sie jemals darüber nachgedacht, was passiert, wenn sie mit dem Papiergewische den Entkotungsvorgang abschließen? Ist Ihnen nicht auch vorstellbar, dass Sie dabei im Grunde nicht Reinigung betreiben, sondern Verunreinigung? Sie drücken Staub, Bacillen, Bakterien, lebende und tote Fremdkörper in ihren Kot, von dem sie zu scheiden glaubten. Drücken zumindest einen Rest davon, der nun mit Partikeln und Mikroben angereichert ist, zurück in ihren Leib, zerren ihren Schließmuskel zu, damit es auch ja geschützt und warm bleibt am künftigen Krankheitsherd und wenn sie dann die Pest kriegen, fragen sie sich, wie sie an die Pest gekommen sind. Na schön, das war des Generalmajors Flitz und wenn man länger eingezäunt gewesen ist, überraschen Auskünfte dieser Art nicht mehr. Man muss nur sehen, wie man mit ihnen fertig wird. Denn wenn man zu sehr hinhört, hört man es immer wieder. und einen Generalmajor kann man nicht mit der Androhung von Ohrfeigen entmutigen. Der hält Ohrfeigen nicht für möglich. Und Wahrheit, ich sehe auch nicht, wie ich die Hand in solche Höhe hätte heben können. So zeigte ich meinem Kameraden Netztorff das Gesicht, das man Generälen zeigt, wenn sie reden, wovon man nichts versteht, von Gegenschlag und Heldentod und Entkotung. Papierprobe, rief der Generalmajor Netztorff und ein Mensch in mittleren Jahren, der die ganze Zeit links hinter dem General gestanden hatte, so dass ich ihn schon hatte fragen wollen, ob er Entkotungsprobleme habe, reichte mir ein Stück von dem groben Papier, das ich in einem Kasten neben dem Klobecken gesehen hatte. Mit bloßem Auge schon, unterrichtete mich Netztorff weiter, sehen Sie die Verschmutzung dieses Gegenstandes, den Sie bei etwas benutzen, das Sie irrigerweise für Säuberung halten. Was, meinen Sie wohl, brächte erst ein Mikroskop zu Tage? Für dieses Mal lasse ich aus, was es zu Tage brächte. Ich gehe gleich zu der Antwort über, die ich auf das Problem gefunden habe. Natürliche Säuberung, Eigenkörperbereinigung, Wasser und Hand und kein Papier. Manchmal denkt man sehr kleinlich von sich und der Welt. Dies war so ein Augenblick für mich. Ich dachte, dazu bist du nun in einem dunklen Dezember aufgebrochen, aus deiner Mutterküche. Bist über den Nord-Ostsee-Kanal hinausgefahren in die Welt. Bis Kolberg, bis Gniechnow, bis Kordawa, beinahe bis zur Festung Posen, bis Wotsch und Puvavi und zum Glück nicht bis Lublin, aber bis in die Grube Warschawa. Hast Härteübungen gemacht und bist das Jesuskind geheißen worden und der Rätselmacher und hast abgeschnittene Hälse gesehen und aufgeschnittene Bäuche und dass deine Zehenknochen eckig sind, hast schon chinesisches Polnisch gesprochen und mit einem afrikanischen SS-Mann und mit einer Dame aus Baku über Professor Nibur und mit einem Herrn vom Wannsee über Gainsborough und mit vielen müden Leutnants über deinen Lebenslauf und nun hält dir ein Generalmajor den Lebenslauf an. damit du alles über Entkotung erfährst. Ich nahm einige Haltung an und sagte laut genug für den General und seinen nächsten Nachbarn Herrschen Itz und Frost und Winde bald wird es sein Gelinde und mit der Stärke mit der es mein Vater vom Speicher rief fügte ich hinzu unterdessen sei der Deine und weil der General es immer noch nicht glauben wollte rief ich auch noch bleibt der Deine ich bleib meiner und Netztor fuhr nun doch etwas zurück Der Mensch der sein Adjutant zu sein schien sagte Fieber ich Herr General Bruchfieber Flacker vielleicht jetzt nicht der richtige Augenblick In die Verhollecke Kapitän rief der Hauptsturmführer und der Gärtner aus Auschwitz wollte sorgen dass ich wieder zum liegen käme aber ich sagte ich bin ganz klar und ich weiß wenn ich einen zu lange von seinem Arsch reden lasse befasst er sich bald sagte der Gärtner ich glaube er war Stadtkommandant in Heilbronn oder Mannheim oder Wiesbaden diese Ecke die Amerikaner haben ihm Ober geliefert weil er was hat mit Polen wenn er nicht von Scheiße spricht spricht er von Kriegsartikel ich wäre mehr für Geselligkeit wenn da nicht andere Leute zugehörten war einer von Onkel Johnnies rätselhafteren Sprüchen aber nun hatte es nie ein ein leuchtenderes Wort gegeben in meinem Einzelverschlag war zu viel Platz für Bilder und Gesichte gewesen und hier hatte ich vor lauter Fratzen keinen Platz und denen die mich hierher getan hatten war ich auch eine Fratze Mordekar Mörderin ein Falber Mörder ich wusste nicht ob sie mich im Auge hatten aber ich begriff in stockender Gedankenfahrt dass ich mich hier im Auge behalten musste dass ich nicht eingehen durfte in diese Zwingermeute aus knochigen und geschwätzigen Führern ich durfte mich nicht auf die rückwärtigen Betrachtungen dieser Kommandanten einlassen mit gegangen mit gefangen mit gehangen es sah so aus als sollte dieser Spruch der viel älter war als die von Vater und Mutter und Onkel Johnny hier an mir zur schneidender Wirkung kommen aber jetzt werte ich mich ihn als ich es in Puvavi getan hatte wenn mir der Friseur damit gekommen war er mochte ja noch gelten wo man mich gefangen hielt weil ich mit Vogtländer Ritter Kreuz Trägern und Porzellan Machern aus Corvo und Fuhrunternehmen aus Pirna und sogar einem Frankfurter Bank je gegangen war aber sie würden mich nicht hängen dürfen weil ich mich nun in der Gesellschaft von Wehrbauern Führern und Generalen und Hauptsturm Führern befand denn in deren Gesellschaft war ich vorher nie gewesen mit denen war ich nicht gegangen denen hatte ich einen Proleten Arsch gehabt und den wollte ich nun behalten wenn ich diesen das nicht klar zu machen wüsste wie dann den anderen Weil ich ahnte dass sie mir bald den Platz in der Verhohlecke streitig machen würden streckte ich mich lang und breit in ihr und ich fiel in meiner Schwäche nach so viel Körper und Gedankenlast auch bald in einen brüchigen Schlaf man schläft nicht gut mit gebrochenem Arm so wie ich schlief wird es sich ungefähr mit gebrochenem Herzen schlafen der Major Lundenbroich sagte ein Geständnis voraus meine Herren es kostet mich Überwindung mich an die geltende Ordnung zu halten die Ordnung die jedermann verpflichtet sein schönstes Erlebnis auszuporsauen vielleicht bestreiten sie mir das Recht diese Kritik zu äußern aber bevor sie mir jenes bestreiten will ich diese doch geäußert haben was gehen wen wessen schönste Erlebnisse an ich habe mir seit meinem Eintreffen nun schon einige schönste Erlebnisse anhören müssen und ich muss sagen einigen Herren die Vortrag gehalten haben hätte ich auf diesen hin alle Beziehungen aufgekündigt lebten wir unter Verhältnissen in denen man frei genug ist solchen Schritt zu tun ich weiß wir sind nicht frei dazu und deshalb füge ich mich auch füge mich zweimal halte Beziehungen aufrecht und halte mich an die Abreden die vor meiner Zeit getroffen worden sind mein schönstes Erlebnis wird delikat ist mir bewusst aber entweder ganz oder gar nicht entweder nicht oder ganz und gar also wirklich mein schönstes Erlebnis ich habe meine Braut was soll ich ihnen sagen am Abend des 30 Januar 1933 kennengelernt Berlin unter den Linden Brandenburger Tor Fackelzug der SA den Irrtum gleich auszuschließen Ich war kein Nationalsozialist und bin es auch nicht geworden Ich bitte dies nicht als späte Absatzbewegung zu werten Ich war es nicht ich bin es nicht Ich war ich bin Patriot Ich bitte diejenigen unter Ihnen die in der SA einen Führungsposten inne gehabt haben das Bekenntnis zu verzeihen Ich mochte die SA nicht sehr Es schien mir da etwas Knotiges im Spiel zu sein Aber davon sollte man unter unseren heutigen Umständen wahrhaftig schweigen Ich wollte nur sagen Ich hatte mit dem Ummarsch an jenem Abend nichts zu tun Ich war zufällig auf dem Wege und blieb nur stehen um einem Schauspiel beizuwohnen Die Lieder das Licht der Fackeln ihr Geruch der Marschtritt die Menschenmenge am Straßensaum alles das machte natürlich Eindruck und doch war alles das nicht eindrücklich genug mich abzulenken von der Gegenwart eines jungen Mädchens das seitlich vor mir stand Ich war im Elternhaus zu einigem Rationalismus angehalten worden und mein juristisches Studium hatte mich auch nicht gerade zu einem Schwärmer angefacht So sagte ich mir Gemach so schön und wie und wie meinen Standpunkt auch wechselte und wie sich die Beleuchtung auch änderte das Mädchen blieb schön und mein Entschluss mich ihm zu nähern festigte sich nur bei meinen Versuchen mich eines Irrtums zu überführen kurz gelassen entgegen wo sie mich auffordern werden nun Zeugnis vorzulegen von der Schönheit meiner Braut und späteren Frau Doch zum schönsten Augenblick Wir haben so viele schöne Augenblicke miteinander gehabt dass ich Mühe hatte mich zu entscheiden als ich sah dass die alphabetische Reihe bald an mir sein würde Doch als ich schließlich die eingangs erwähnten Skrupel niedergekämpft hatte und zum Bericht entschlossen war da machte doch nur ein einziger Augenblick alle Rechte geltend der schönste genannt zu werden Er fiel in den Anfang des 36 Jahr Es war eine bewegte Zeit gewesen Verlöbnis und pardon stürmische Liebe und andererseits Römputsch und rechtliche Neuordnung im Reiche einschließlich der Nürnberger Gesetzgebung und NS Rechtswahrenormen Unsere Hochzeit war zu Ostern gedacht anschließend Reise nach Operitalien Vorsaison und erschwinglich aber in unseren Überschwange hätten wir uns auch Unerschwingliches geleistet Bis ich in meinem Postkasten einen Zettel finde Ist Fräulein Anne Dore Koren eigentlich arisch Zuerst natürlich bin ich rasend vor Zorn über den Schmiranten dann dann Verachtung den Wisch in die Ecke schleudern dann lache ich über so viel Dummheit denn so blau und blond und rein gibt es keine und ich suche den Schrieb aus der Ecke und glätte ihn denn Anne Dore hat ein Recht auf diesen Spaß und wie das Papier nun noch einmal gefaltet ist und mein Auge fällt darauf lese ich Ko N und auf der einen Seite Ko und auf der anderen geht es weiter mit EN das R ist mehr oder minder im Papierknick drauf gegangen eigentlich eher gedankenlos setze ich Buchstaben in die Lücke sozusagen mein Auge tut es und ohne die mindeste geistige Bewegung lese ich Ko Ben Ko Den Ko Gen und dann lese ich Ko Hen und ich kann nicht sagen ich hätte das ohne geistige Bewegung getan in geistigem Alarm habe ich Ko Hen gelesen habe das E gestrichen und hatte Kohn schlimmer konnte es kaum kommen Kohn Kohn haben sie nicht den kleinen Kohn gesehen Kohn Kahn Kohen Kogan Anne Dore Kohn demnächst verehrlichte Lundenbräuch ich muss ihnen nicht sagen meine Herren was das für einen Menschen bedeutete der sich unter Opfern und Mühen eigenen und denen der Eltern auf einen lebenslangen Staatsdienst vorbereitet hatte einen Patrioten dem Loyalität gleich fest eingepflanzt war wie das rote Herz ich hatte die Gesetze nicht erdacht aber sie galten und so war nur herauszufinden ob ich respektive Fräulein Koren von ihnen betroffen sei Delikater Vorgang wie fragt man eine blonde und blauäugige und hochgewachsene sportive Dame ob sie arisch sei nun man war Jurist und im Marburger Jahr waren Vernehmungstechniken fakultativ geboten worden es war nicht schwer unverfänglich scheinende Rede auf den Ursprung des Namens Koren zu bringen seltsam in einer Zeit in der es fast ein Gesellschaftsspiel geworden war eines mit ernstem Hintergrund freilich Stammbäume aufzustellen Ahnentafeln Ursprüngen nachzuforschen in dieser Zeit wusste Fräulein Koren zur Namenssache nichts zu sagen Begreiflich dass mich dies nicht ruhiger machte Ich kann und will die seelische Anspannung jener Tage nicht wiederherstellen Überbrücke sie also mit dem Bescheid ich habe einen Fachmann für solche Dinge Das gab es ja und es waren durchaus unfanatische und lediglich pekuniär interessierte Leute darunter die einem den einen oder den ganz anderen Bescheid ohne alle Leidenschaft mitteilten Ich habe einen solchen Fachmann ausfindig gemacht Auftrag und Honorar waren schnell akzeptiert Diskretion verbindlich zugesichert und dann verging eine Weile die zu meinen glücklicheren zu zählen mir selbst unter den hiesigen Umständen nicht einfallen würde Wo es doppelt hinter einem liegt kann man es ja sagen Es gibt da Augenblicke des Argwohns in denen man an einem Menschen den man doch zu lieben glaubte Semitisches zu erkennen meint einen seltsamen Fremdenschnitt der Liedfassung über dem Augenblau eine guturale Lautgebung dort wo sie im Germanischen sonst nicht anzutreffen ist jüdische Einsprengsel in einem durchaus deutschen Vokabular eine Vorliebe für das Wort Chuzpe zum Beispiel und überdies eingeschleppt erscheinendes im Charakter doch das führte jetzt zu weit es hat überhaupt alles zu weit geführt denn meine Herren eines Tages kam die Auskunft deren Inhalt sie sicher schon ahnen sie kam schriftlich und war von kopierten Dokumenten begleitet und besagte und diese Lektüre hat mir mein schönstes Erlebnis bedeutet Fräulein Anne-Dore-Koren ist von einem Geblüt das arischer nicht zu denken wäre ich habe meiner Frau die Sache später einmal erzählt und es hat viel Spaß in unserem Hause gegeben sie haben nicht allzu hochnotpeinlich in die Geschichte vom Major Lundenbräuch und seinem Glück nachgefasst der Gasmann hat zwar versucht zu erfragen wie das Fräulein Anne-Dore außer ein Lied und Haar beschaffen gewesen sei er habe sich sagen lassen dass die jüdischen Weiber ihre Art eigene Weise hätten einem das Bett zu wärmen und wie es denn da so gewesen sei wenn sie im Berner Oberland am Jodeln waren oder bei steifem Wind an der kurischen Näherung aber nach dem Gelächter hat der Hauptsturmführer Gasmann Schnauze gesagt und der Gasmann hat die Schnauze gehalten mein schönstes Erlebnis und Schinken Kloppen und Morgenbrot und Abendkraut und General Major Netzdorf's tägliche Eigenkörperbereinigung und das tägliche Stöhnen dazu und General Eisenstecks gelegentliche Stegreif Vorträge über die generellen Unterschiede zwischen Hindenburg und Ludendorff oder über den Unsinn das Mahne Wunder ein Wunder zu nennen oder über den seidenen Faden an dem Stalingrad hätte erhalten können und die abendlichen Zählappelle bei denen ein volksdeutscher Lehrer das Melden besorgte und das nächtliche Gemurre in der Löffelreihe und die mühsam verhaltene Feindseligkeit fast eines jeden gegen fast einen jeden und die zänkische Rechthaberei mit der es um die Fahrpläne von Neumünster ging oder das Idealmaß Muskatnuss das an einen mittleren Blumenkohl gehört oder um das Deutschtum Karls des Großen und das Zellenmarathon der Marschierer und das Steinschere Papier und Brunnenmarathon der Spieler und das Delikatessen Marathon der Leute mit den Hungerblasen im Kopf und der Gestank der vom Schmutz am Bauch und der Furcht im Leibe kommt das alles machte feste Bestandteile meiner festen Verwahrung aus ich schleppte mich durch die Tage wie ein Ochse über den Göpelring nur war ich schlechter dran als der Ochse ich fand ich sei nicht am richtigen Platze ich dachte nach über den und über mich aber ich hatte so viel Verstand es die andere nicht sehr merken zu lassen mit mit den Fleming Versen und meinem angelehnten dazu mit der Antwort aus den Dichtern an einen deutschen General hatte ich mich als überschrägt ausgewiesen und weil ich das kleinfleckige Tarnmuster trug das auch der knochige Gärtner und der fedrige Hauptsturm Führer und ein paar andere noch getragen hatten galt ich als gefährlich und da der Holländer es herumgesprochen hatte dass ich ein Mörderer sei galt ich als gemeingefährlich und nur der Hauptmann Schulzki der mir immer noch Gram war weil sie ihm statt mir die Schinken gekloppt hatten hat prüfen müssen wie weit ich meinem Rufe gewachsen sei und als er eigentlich an der Reihe war mit einem Reisig Besen den Staub in die Asphalt ritzen zu kehren hat er mir das Instrument hingehalten und hat dazu gesprochen hier sie konfirmant sie müssen ja gipsarm und gips eier und gips im grips haben aber zur stubenreinigung braucht man nur eine hand und überhaupt keinen verstand sie sollten das schaffen nehmen sie kerl es hielt sich alles in gültigen grenzen zwar den Ausdruck konfirmant trennte ein nichts vom ehrenrührigen aber unter so vielen alten war er hinzunehmen und die Vermutungen des Hauptmanns verschiedene gipsvorkommen an mir betreffend hatte eine Beimengung von Witz durch die man sie hingehen lassen konnte nicht hingehen lassen durfte ich ihm den Kerl wer sich den gefallen ließ würde sich gleich danach in Grußpflicht sehen und als Stiefelbursche von einem Hauptmann Schulzki da war der Hauptmann Schulzki zu weit gegangen und dass er das gleich begriffe und alle die es ähnlich anging dazu drehte ich mich so schnell ich konnte einmal links herum um mich und ließ Drehmoment und Fliehkraft an meinen eingegipsten Arm und der traf Herrn Hauptmann Schulzki ungefähr zwischen Kehlkopf und Halsschlagader und Hauptmann Schulzki fiel um davon mir tat es böse weh und zuerst war ich mir böse weil ich aufs Maul hatte treffen wollen aber wie ich sah dass der Hauptmann auch so recht schweigsam war und dass im Augenblick niemand eine Lust zu haben schien mich Kerl zu nennen da verschmerzte ich das wieder erwachte Brennen in meinem Arm und ich fand es in Ordnung als am Abend der General Eisensteck den Beschluss des Ältesten Rates bekannt gab ich hätte das Verhohleck zu räumen und mich an den Platz in der Löffelreihe zu begeben der mir vom Alphabet zugewiesen war ich kam zwischen einem Oberleutnant Müller der sich mit Müller Geisel Erschießung vorstellte und einen Kerl der Nutschke hieß der sagte er gehöre bestimmt nicht hierher und ich dachte weil ich nicht schlafen konnte immerfort in derselben Rille dann sind wir schon zwei dann sind wir schon zwei dann sind wir schon zwei 19 ich bin ja erst zu den Anhörern schönster Erlebnisse gekommen als schon der Wehrbauer Kühlisch an der Reihe war und so wusste ich weder vom Ortsgruppenleiter Ammann noch vom Kriminalrat Kosinski was ihnen der Gipfel schönen Erlebens war aber es schien ganz so als habe der Major Lundenbräuch mit dem Bericht von seiner stockenden Brautfahrt einen neuen Ton in diese Tagesteile eingebracht denn wer von nun an Bescheid von seinen Erlebensgipfeln zu liefern hatte der wurde auf eine Weise privat die ich nur erstaunlich finden konnte denn was ging es ein knappes hundert wild fremder oder doch zumeist fremder und manchmal auch sehr wilder Männer an dass der Oberschweizer Lubke sehr erleichtert gewesen war als ihn die Gattin seines Gutsherrn hatte wissen lassen seit gestern sei wieder alles in bester Ordnung und Regel und worin bestand der Nachrichtenwert der Meldung die Oberleutnant Müller uns machte Müller Geisel Erschießung dass seine Alte so sprach er von seiner Frau von der es in Kameradenkreisen geheißen hatte sie sei ein wenig zu sehr läufig als dass man sie ehelichen dürfe dass also seine Alte ihm nach der Hochzeitsnacht versichert habe auf solche Weise habe es noch keiner besorgt gehabt und auch des Gasmanns schönstes Erlebnis der zu seinem rheinischen Tonfall auch noch Juppchen Müller hieß machte mich nicht so begierig dass die Reihe nun endlich an den Buchstaben N und als auch an Mark Niebuhr käme des Gasmanns schönstes Erlebnis bestand was vorauszusehen war aus einer ganzen Kette schönster Erlebnisse und zwar solcher die er den Hausfrauen seines Stadtteils bereitete wenn er ihnen die Gasuhren las Jong Jong da waren welche bei die hatten dir vielleicht was auf dem Zähler ich habe ihn natürlich gefragt was ihn denn aus der rheinischen Fröhlichkeit in diese Düsternis an der Wechsel getrieben habe und er hat nur leicht hin abgewinkt und gesagt man könne ihm gar nichts allenfalls ein bisschen wegen Amtsanmaßung und von rechts wegen sei das schon mit dieser U-Haft abgegolten aber von rechts wegen sei er auch zu bezweifeln dass er wegen solcher Kinkerlitzchen hier bei den Polen etwas zu suchen habe ich wollte schon mehr über diese Amtsanmaßung hören aber wie genau er auch zu beschreiben wusste was sich zu entwickeln pflegte wenn er den Krieger Witwen und Soldaten Frauen mit dem Gasmannsruf nun wollen wir einmal sehen wie er heute steht ins Haus getreten war so wortkarg wurde er wenn es um die juristischen Kinkerlitzchen ging auf die Dauer fand ich seine Mähren vom immerwährenden Rüchen und Litzen und Letzchen Kitzel etwas angreifend und mein Vorsatz in diesem Kreis auf keinen Fall von Herzenserhebungen zu reden festigte sich nur als der Oberschweizer Lubke und der Gasmann Müller und Müller Geisel erschießung ihrem kritisch nachfassenden Publikum immer deutlicher von Heldentaten zu sagen wussten Zwar verschonte uns der Generalmajor Netztorff der vor mir mit dem Erzählen an der Reihe war obwohl er nicht in der Löffelordnung liegen musste sondern einen Platz in der Ecke des Ältesten Rates hatte zwar verschonte er uns mit seinen Weiber Geschichten die wohl auch sehr angewälgt gewesen wären und er ließ uns auch nichts von einem besonders schönen Entkotungserlebnis hören aber dass es ihm als Jungem Fähnrich gelungen war einem ergrauten Taktiklehrer einen Fehler bei der Beurteilung der Ereignisse von Gravelott nachzuweisen beschäftigte niemanden sehr lange und mich bestärkte es nur in meiner Ansicht bei diesem Quasselreigen nicht mitzutun es ist dies vielleicht wieder eine Stelle an der zu sagen wäre dass mich nicht höhere Lauterkeit oder verschärfte Intelligenz zu meinen abweichenden Meinungen und ausseitigen Haltungen bewogen haben ich war nur von Hause aus mit den Mustern einer gewissen Renitenz versehen worden und ich fand mich in Verhältnissen denen ich nur renitent begegnen konnte wenn sie mich nicht erdrücken sollten die so gänzliche Auflösung aller bisherigen Ordnung ließ mich auf den Gedanken kommen ich könnte mit der Welt fertig werden wenn ich mich bockig gegen sie verhielt so wenig war ich bis dahin an Welt beteiligt gewesen vielleicht ahnte ich etwas von meinen Gründen und vielleicht gab das meinem Gegenlauf noch mehr Schub jedenfalls legte ich es wo Teile von mir erwartet wurden auf Gegenteile an und meine Zellennachbarn die die im Grunde ein oder zwei Menschen alter länger als ich in einer Löffelordnung gelebt hatten hielten es für schier unmöglich daß einer nicht immer in der ihm zugewiesenen Einpassung blieb und natürlich daß man sie in einer Zelle verwahrte und sie wie abweichendes Gelichter behandelte nahm ihnen viel von der Festigkeit mit der sie mir sonst begegnet wären ohne das errechnet zu haben benutzte ich es und als die Reihe an mir war mein schönstes Erlebnis zu veröffentlichen sagte ich mein schönstes Erlebnis steht mir noch bevor es wird sich da um meinen Abschied von dieser Grube handeln Ende der Auskunft sie hielten sich alle in ihren Ausstanzungen der knochige Gärtner seufzte bekümmert Hauptmann Schulzki rief aufgebracht sehen sie sehen sie Gasmann Müller sagte das wäre als ob einer den Karneval absagen täte Major Lundenbräuch fand mein Benehmen unkorrekt der General Major sprach von notwendiger Subordination in Notgemeinschaft und General Eisensteck wollte Spezialfassung nur gelten lassen solange es um Hälse ginge und der Hauptsturmführer verkündete ungemütlich allmählich schiene es ihm an der Zeit mir einmal den Arsch aufzureißen jawohl Hauptsturmführer sagte ich den Proleten Arsch und der Hauptsturmführer sagte Beberen und der knochige Tulpenfachmann seufzte und schlug so zu dass ich mich wunderte wieso mir der Kopf am Halse blieb Befehl rief mein Freund Jan dem Hauptsturmführer zu und zu mir sagte er bekümmert Befehl und als er sah dass sich der Hauptmann Schulzki und der Gestapo Kerl an mich machen wollten stellte er sich vor mich und hielt die großen Gärtner Hände locker auf dem Rücken verschränkt ich war nun überhaupt nicht bei Trost und schrie Tulpenarsch Gestapo Arsch Schulzki Arsch und ich traf einige Anstalten mit der Gipskeule um meinem linken Arm als nach dem polnischen Achtungsschrei Baschnosch alle Bewegung in der Zelle und auch alle Bewegung meines ängstlichen Zornes gefror Der Schließer ohne Hals vor dem man sich zu fürchten hatte wenn man bei einigem Verstande war kam herein und mit ihm kam einer in besserer Uniform Der polnisch sprechende Lehrer machte hastige Meldung und gab auf scharfe Fragen hastige Antworten Die beiden Wächter legten einiges Interesse für mich an den Tag und besprachen sich und schienen einen unschönen Einfall zu haben der ihnen aber Freude machte Ohne Hals schrie Kommandos und der Lehrer übersetzte sie und sie besagten dass wir augenblicklich anzutreten hätten aber nicht in der üblichen Appell Formation sondern nach Dienst drängen gleich hinter den beiden Generälen und unserem einzigen Obristen begann ein beträchtliches Durcheinander und später habe ich es mir leicht erklärt einige von Wichtigkeit stießen auf andere von anderer Wichtigkeit und es gab auch welche lieber nicht so hoch gelten wollten wie sie einmal gegolten hatten und auch von denen gab es mehrere und also aufeinander prall und ein dummer Hauptmann reihte sich doch nicht hinter einem dummen Orts Gruppenleiter ein und ein schlauer Ministerialrat strebte auf einen hinteren Platz von dem ein schlauer Gendarmerieleutnant nicht nach vorn und oben weichen wollte eben noch sollte es mir schlechter gehen nun hatte ich es wieder sehr gut meinen Platz am äußersten unteren Ende konnte mir ernstlich niemand streitig machen wollen niemand war von niedrigerem militärischem rang und wer nur von zivilistischem stande war wie der Gasmann zum Beispiel der war dann immer noch erheblich älter als ich es gab keinen Zweifel der mich in das durcheinander gezogen oder getrieben hätte ich war der letzte zwischen der Generalität und mir mussten sie sich ihre Plätze suchen der eine General und der andere General und der eine Oberst und ich der eine Grenadier wir standen schon lange fest als sich die anderen endlich entknäuelten dem Schließer ohne Hals und seinem Vormann hat die Sache sichtlich Spaß gemacht und sie schienen sich schon auf neuen Spaß zu freuen und ohne Hals gab dem Lehrer lauten polnischen Befehl und der Lehrer gab mir den lauten deutschen Befehl beschleunigt vor die Front zu treten na also Nibur dachte ich da hast du es ja wieder geschafft zur Einzelheit zu werden was wird nun hier wohl ausgezahlt für Renitenz was für Erlebnisse bereiten sie einem der sein schönstes Erlebnis nicht ausbreiten will wie willkommen wird einer sein der den Abschied von diesem Hause als seinen höchsten Augenblick erwartet zahlt wer sein schönstes Erlebnis verschwieg mit Geschrei von tödlicher Hässlichkeit was wird der ohne Hals mir durch des leeres Mund gleich sagen was hätte ich ihnen denn sagen sollen was wäre ein schönstes Erlebnis von dem sich vor denen reden ließe mein schönstes Erlebnis wie Fräulein Bagterhoff gesagt hat sie lässt uns morgen ein Diktat schreiben ein ganz schweres und auch ein Kommafehler ist ein halber Fehler und alle anderen Fehler sind ganze Fehler und wer die wenigsten hat kriegt den ersten Preis und dann gibt es noch einen zweiten Preis und einen dritten Preis und vielleicht gibt es auch noch ein paar Trostpreise aber das weiß sie noch nicht sie weiß die Preise sind alle sehr wertvoll es sind alle sehr wertvolle Bücher die ihr selber gehören und die sie sehr liebt aber sie sind alle sehr gut erhalten und es hat keinen Zweck gehabt sich noch besonders vorzubereiten denn das Diktat ist nicht über ein bestimmtes Gebiet hat Fräulein Bagterhoff gesagt es ist über alle Gebiete die bisher behandelt wurden und die kann man sowieso nicht an einem Abend wiederholen bei dem Diktat sollte sich herausstellen wer ständig mitgearbeitet hat deshalb gibt es auch die hohen Preise weil es für Beständigkeit ist Fräulein Bagterhoff hat gesagt Beständigkeit ist etwas ganz wichtiges im Leben und mein Vater hat gesagt wenn er sich vorstellt beständig Fräulein Bagterhoff dann muss er sich dazu aber auch einen sehr hohen Preis vorstellen sonst kriegt er nicht einmal die Vorstellung hin und meine Mutter hat gesagt mein Vater braucht sich mit solchen Vorstellungen nicht abzuquälen weil er ja beständig meine Mutter hat und ich habe es nicht ganz verstanden aber doch mehr als meine Eltern dachten und Fräulein Bagterhoff mochte ich gut leiden und das Diktat war ganz bestimmt wirklich schwer aber ich habe gewusst dass es schön sein würde wenn Fräulein Bagterhoff einem ein Buch geben würde als Preis für Beständigkeit die etwas ganz Wertvolles ist ich habe bei dem Diktat ein Gefühl gehabt als wären die ganzen vier Schuljahre übersichtlich in meinem Kopf versammelt und wenn ich etwas nicht gleich wusste Groß- und Kleinschreibung Silbentrennung scharfes S scharfes S oder rundes S Doppel-G oder CK dann habe ich mein Wissen angesehen das in meinem Kopf angetreten war wie die Schule auf dem Schulhof zum Fahnenappell und ich habe beinahe alles gefunden ich habe nur mit einem Komma einen Fehler gemacht und ich glaube nicht dass es einen Menschen gibt der nie mit einem Komma einen Fehler machen kann weil wie mein Onkel Johnny sagt wenn es gut geht die Regeln zum Leben passen aber nie das Leben zu den Regeln passt aber wie ich das Diktat geschrieben habe hat beinahe alles zu den Regeln gepasst und mit dem Komma Fehler der als ein halber Fehler gerechnet worden ist war mein Diktat immer noch das Beste sogar mit Abstand der den zweiten Preis gekriegt hat hatte ganze drei Fehler ich nur einen halben und weil es der erste Preis war durfte ich mir von den Büchern eines aussuchen ich habe die Rübezahl sagen genommen mit Bildern und Fräulein Barkdorf hat gesagt ich habe eine gute Wahl getroffen auf einem Bild war ein Pflaumenbaum mit mächtig blauen Pflaumen das war eigentlich mein schönstes Erlebnis nur hat mein Vater gesagt den einen halben Fehler hätte ich mir denn auch noch sparen können und darum ist es doch nicht ganz schön gewesen mein schönstes Erlebnis in Marne hat es eine Zeit lang kein Kino gegeben und als es dann doch eines gab war es gar nicht sicher ob man auch hin konnte weil es 35 Pfennig kostete und die hatte man längst nicht immer und wenn es ein sehr berühmter Film war dann konnte es einem passieren dass es keinen Platz mehr gab weil die anderen noch früher gekommen waren als man selber einmal hieß es als nächster Film kommt der ganz berühmte Film Kameraden auf See aber er kommt nur für einen Tag und wird wegen Umbau im Gasthof gespielt das war ein sehr berühmter Film der handelte von Spanien wo sich unsere Matrosen gegen den Bolschewismus wehren mussten den Film wollte ich sehen wenn ich den nicht gesehen hätte wäre es ein schreckliches Unglück für mich gewesen ich wollte alle Filme sehen aber bei manchen wäre es nicht so schlimm gewesen wenn ich sie nicht gesehen hätte alle Filme in denen viel gesungen wurde hätte ich verschmerzen können alle Filme in denen viel geküsst wurde auch alle Filme die unter Bauern spielten hätten mir nicht weiter gefehlt und Filme die mit Beerdigungen anfingen mochte ich gar nicht weil die meistens so weiter gingen mein erster Film hat Captain Prim Backe in Afrika geheißen und in dem zweiten ist Anion die Frau von Max Schmeling war mit dem Auto ins Wasser gefahren weil sie eingeschlafen war und die ganze Zeit haben sie in dem Stück das Lied gesungen bei der blonden Katrain in der goldenen Gans da küssen die Buben die Madeln beim Tanz und der dritte Film ist glaube ich schon Hitler junge Quecks gewesen aber Kameraden auf See hätte ich beinahe nicht gesehen weil mein Geld nicht reichte und von der Tante Ritter war schon die ganze Woche nichts zu holen denn ihr Mann hatte in sämtliche Kreuzwort Rätsel und Wabengitter und magische Vierecke des neuen Rateheftes den Text geschrieben mit fettem Blaustift säuberlich und mit fortlaufender Wiederholung über alle Seiten hin du bist verrückt mein Kind du hast nen Spleen du gehörst nicht nach Marne hin du gehörst nach Berlin und als ich aus der Schule kam war auch mein auf See und in der Apotheke hatten sie das nicht was auf dem Rezept stand und ich sollte zum Doktor gehen und ihn fragen ob sie mir auch etwas anderes geben könnten was sie mir auf einen Zettel schrieben auf die Idee sie zu bitten doch bei dem Doktor anzurufen bin ich nicht gekommen Arzt und Apotheke und auch Telefon das waren Einrichtungen zu denen ich nicht mit Vorschlägen dann schrien alle im Wartezimmer das waren meistens die Frauen von den Kohlbauern mit ihren dicken Kindern und hatten keine Ahnung dass heute Kameraden auf See gegeben wurde einmalig und unwiederbringlich sie wollten auch nur und wo wir denn hinkämen wenn alle die sagten sie wollten nur dies oder wollten nur das dann auch dran kämen das wäre ja noch schöner und auch noch ein Bengel nach der Schulzeit auf den nichts wartete keine Wirtschaft und kein gar nichts ich habe mehrere Fälle von Ziegenpeter und Überfraß passieren lassen müssen ehe mich die Sprechstundenhilfe dann doch fragte was ich wollte ihr war wohl am Ende das geschreit der Kohlbauern Weiber auch zu viel denn ich habe nicht aufgehört ich möchte nur zu sagen und die Kohl Weiber haben nicht aufgehört zu schreien das Kohlkameraden auf See sehen wollten und zum Glück war Ernie Voss dabei der mir sogar den fehlenden Groschen lie aber einen Platz konnte er mir auch nicht freihalten dem hätten die älteren Kohlbauern Jungs was erzählt und auch die älteren Jungs aus der Stadt hätten ihm was erzählt als ich zur Apotheke weiter lief machten sie gerade die Gasthoftür auf und weil in der Apotheke sämtliche alten Teiler von sämtlichen Kohlbauern auf Hustensaft warteten war das Gasthofskino schon voll als ich auf dem Rückweg zu meinem kranken Bruder daran vorbeiraste und ich wusste nun würde ich der Kameraden auf See nie ansichtig werden und trotzdem bin ich als ich die Medizin geliefert hatte zum Hilfskino zurückgeschossen und habe unter dem hohen Gelächter vieler Kameraden aus Marne die auch nicht mehr zu den Kameraden auf See eingelassen worden waren an der Gasthofstür gerüttelt und habe von tiefster Verzweiflung gewusst und in diesem Moment ist Bubi Nutmann aus dem Behelfskino gekommen und hat in sein Taschentuch gekotzt weil er in der Wochenschau ein Kettenkarussell gesehen hatte und statt seiner bin ich in das wunderbare Kino zu den berühmten Kameraden auf See gekommen und auch noch mit den Taschen voll Geld denn ich bin ja auf Bubi Nutmanns Karte gegangen und gerade wie ich einen Platz gefunden hatte ging der Film los mit dem Marsch denn wir sind Kameraden auf See und ich glaube bis dahin ist kein Erlebnis schöner gewesen als das wie Bubi Nutmann mit dem voll gekotzten Taschentuch aus dem Kino kam mein schönstes Erlebnis mein schönstes Erlebnis mit meinem Vater war wie mein Vater durch das Hunderloch gekrochen ist damit das passieren konnte sind wir zu einer Bauern Hochzeit bei Eutin gefahren aber wir sind natürlich nicht hingefahren weil es passieren sollte wir sind wegen der Verwandtschaft hingefahren aber wie wir genau mit dieser Verwandtschaft verstrickt waren weiß ich nicht mehr genau ich habe mich gleich gewundert dass wir überhaupt Bauern in der Verwandtschaft hatten und meine Mutter hat nur gesagt zu manchen Sachen ist der Mensch verpflichtet das richtete sich vor allem gegen meinen Vater der nicht mit wollte und seinen blauen Anzug sollte er auch noch anziehen die Verwandten mit der Hochzeit waren wirklich lauter fremde Bauern sie haben sich voll klaren Schnaps gekippt und sie hatten eine Vorliebe für das Lied mein Herz das ist ein Bienenhaus und auf einmal war mein Vater weg meine Mutter hat noch andauernd nach ihm gefragt aber die Bauern waren viel zu ernst mit dem Bienenhaus beschäftigt und es dauerte zwei Stunden bis mein Vater wieder ankam er hatte nicht oft einen in der Krone und wenn er aber einen in der Krone hatte konnte man ihm das gleich ansehen denn dann guckte er wie guckte er stocktaub und wirklich man soll so etwas nicht von seinem Vater sagen aber er sah aus wie ein Schwein an dem Anzug war keine Stelle mehr blau und sogar im Haar von meinem Vater klebte ein Gluten Bauernmist er wollte bloß mal eben auf die Straße und wie er zurück wollte in das Hochzeitshaus war ein riesig hoher Zaun davor mein Vater hat sich siebzig Meilen aber es hat keine Lücke in dem dichten Geflecht gegeben und zu hoch war es auch und drinnen war die schöne Hochzeit da hat mein Vater es am Boden versucht und nach zweimal siebzig weiteren Meilen eine Lücke gefunden durch die er man eben passte mein Vater wollte dass wir uns alle den endlosen Zaun und die einzige Lücke in ihm besehen aber es war nur ein gewöhnlicher Bauernzaun um das Bauernhaus und die Lücke durch die mein Vater gekrochen ist war das Hunderloch im Zaun damit der Köter mal auf die Straße konnte oder von der Straße wieder auf den Hof nur war das Tor jetzt gar nicht zu es hing nicht einmal in den Angeln es war am Morgen ausgehängt worden wegen der Hochzeitswagen und dem klaren Schnaps und das Hunderloch im Zaun war einen Bauern sind gar nicht mehr geworden wegen meinem Vater mit der Kuhkacke auf dem blauen Anzug und sogar im Haar ich habe in Romanen gelesen dass welche sich entleiben wenn es eine zu große Schande ist und ich hätte mich entleiben können aber mein Vater hat gesagt wie die Bauern alle mal gleichzeitig neue Luft für neues Gelächter fassen mussten von euch wäre da ja auch kein ein durch durchgekommen und sie waren alle voll genug dass sie es versucht haben bis auch ihre Anzüge in den Farben von Kuh und Schweinemist und Hühnerkacke glänzten und mein Vater hat den Dichter Fleming aufgesagt und hat sich ein Glas klaren Schnaps geben lassen und mit dem in der Hand ist er durch das Hundeloch gekrochen und dann hat er gezeigt dass das Glas noch voll Mein Vater war Houdini wie Hindenburg mit Gelenkrheumatismus und die Bauern haben Hurra geschrien und weil Houdini der größte Entfesselungskünstler aller Zeiten war ist es mein schönstes Erlebnis mit meinem Vater gewesen nur meine Mutter hat den Vorfall ganz anders behandelt und wenn meine Eltern ihn später besprachen hat meine Mutter immer die Oberhand mit dem Schlusssatz behalten und dann die Reinigung von dem Anzug Herr Houdini Mein schönstes Erlebnis mit meiner Mutter war wie sie weinend aus dem Haus gelaufen ist und hat gesagt sie kommt nie wieder und nach vier Stunden ist sie wieder gekommen Mein schönstes Erlebnis mit meinem Bruder ist es gewesen wie ich in einer reichlich happigen Schlägerei war zu der ich durch zu viel Schüchternheit eingeladen hatte und immer Elbeck hat meinem Bruder zugerufen er soll mir doch helfen und mein Bruder hat geantwortet ich sehe hier auch nicht einen gegen den der Hilfe brauchen würde und er hat sich eine Zigarette angesteckt und ist seines Weges gegangen meine schönsten Erlebnisse gehen keinen was an keinen von der Reichsbahn und keinen von der Gas anstalt und keinen Hauptscharf Führer und keinen Hauptsturm Führer und keinen Haupthauptmann was wollt ihr überhaupt wer ist hier Oberhaupt wer hat die Oberhand wer hat die Haupthand wer hat das Haupt voll Blut und Wunden wem ist die Hand mit Gips umbunden die Hand im Gips ist Nibur eigen doch Grips im Kopf will sich nicht zeigen war Houdini Stern vom Zirkus Renz ist Mark Nibur stark in Renitenz Herr ohne Hals Herr ohne Hals gedenken Sie Mark Niburs falls der in dieser Grube bleibt vor Scham am Hundeloch entleibt er sank entseelt und mit geborstenem Knochen weil die Kameraden haben gar zu streng gerochen wo wäre ein See die Kameraden drin zu baden das wird ein Glanz vom Haupt bis an die Waden Mark Nibur geht nun ab mit Schaden da steht er abgeht er da stand ich und wartete auf einen Bescheid vom Schließer ohne Hals da sagte der Schließer der so aussah als hätte er keinen Hals zu dem Lehrer einen Satz den der Lehrer das sah man ihm an nicht glauben konnte der aber den anderen Schließer den mit der blankeren Uniform sehr erheiterte und sein Kollege musste was noch nicht vorgekommen war den Lehrer in scharfem Ton bewegen den Mund zu einem deutschen Satz aufzutun und dieser Satz war in der Tat erstaunlich wenngleich ich ihn nicht ganz so sehr erheitern fand denn er ging ab sofort ist dieser da der innerhalb dieser vier Wände zwecks Herstellung bzw. Aufrechterhaltung von Sauberkeit und Disziplin zu allem bevollmächtigte Zellen Älteste und dieser da war ich die beiden Schließer sind lachend abgegangen sie hatten ein gutes Gespür für den Punkt an dem man aufhören muss und ich hatte überhaupt keine Vorstellung von dem Punkt an dem man anfängt wenn man gar nicht vorbereitet Zellen älteste in älteste in der jüngste ist und grenadier und der älteste in der zelle ist general major und der höchste ist general der infanterie zwecks Herstellung bzw. Aufrechterhaltung von Sauberkeit und Disziplin ach mein kornbleicher Falbe was die mir hier in die Grube werfen innerhalb dieser vier Wände ich zu allem bevollmächtigt kann ich dem Wehrbauern Führer kühlig das Furzen verbieten kann ich versuchen Hauptmann Schulzki doch noch aufs Maul zu treffen müsste ich können das eine ist für die Sauberkeit der Luft das andere ist wegen einer falschen Vorstellung von Disziplin beim Schinken kloppen kann ich dazwischen gehen wenn Major Lundenbräuch von der Angst erzählt die er wegen der patriotischen Rassenhygiene gehabt hat und wenn Generalmajor Netzdorf mit seiner hygienischen Eigenkörperbereinigung alle anderen hindert sich den Darm zu säubern bin ich bevollmächtigt Müller Geißelerschießung den dreckigen Mund zu verbieten wenn er ihn wieder vollnimmt mit dem was ihm an seiner Alten am liebsten war bin ich es den Oberschweizer Lupke aufzufordern sich lieber mit einigen Regeln seiner Muttersprache zu befassen als uns mit seines Guts Herrn Frau habe ich Vollmacht dem schweinischen Gasmann das rheinische Lachgas abzudrehen oder wäre das Amtsanmaßung und brächte mich dann auf eine Deliktstufe mit ihm bliebe es im Maß meines Amtes wenn ich dem Gestapo Kerl heimzahlte für ein Herzensdurcheinander das meinen Bruder und mich betraf und auch das was seinesgleichen mit Uhrmacherhänden angerichtet hatten und was meinen Vater bewog ganz fürchterlich mit meinem Bruder und auch mit mir zu sein reichte mein Vollmachtsmaß hin den Hauptscharführer Beveren nach Tulpen Zwiebeln auszusenden nach Amsterdam oder nach Oswichi auf das zu Disziplin und Sauberkeit auch etwas Schönheit unter dieses Dach einträte und wie verleihe ich meiner Vollmacht Macht wenn meine Gegenmacht ein fedriger Hauptsturmführer ist der keinen Grenadier für die Einsicht braucht dass Sauberkeit und Disziplin fürs Überleben nützlich sind mein schönstes Überlebnis warum hast du dich wieder zur Einzelheit gemacht Mark Niebu und hast dich dem Brauch verweigert ein schönstes Erlebnis vorzutragen Findest du nun es hat sich gelohnt wo sie dich so mit Vollmacht geschlagen haben Wieder hat es nach deiner überaus besonderen Fasson gehen gesollt und was hat dir solche Renitenz an den Hals geholt musstest partout durch das Hundeloch neben dem offenen Tor und bist an einer Wand gelandet Gesicht gegen eine Wand aus Gesichtern Kameradengesichter Gesichter von Kameraden die mit anderem 19-jähriger Grenadier nicht zählt Kameraden mit Augen die doppelt ja dreimal und beinahe viermal so alt sind wie der ganze Marc Niebuhr den der Polack zum Zellenältesten machte Augen von Kameraden die es nicht umgeworfen hätte wenn Marc Niebuhr ihnen mit seinen schönsten Erlebnissen gekommen wäre nun ja Kameraden auf See im Gasthof Kino von Marne aber sie waren schon in Übersee gewesen mit Rommel in Afrika und mit Sepp Dietrich vor Narvik und am Thuner See im Berner Oberland und an der Kurischen Näherung gewiss ein erster Preis nach schwierigem Diktat das zählte aber hier gab es Leute mit beiden juristischen Examen und vier waren Doktor einer davon in Medizin und der Gestapo Mann war es in Philosophie und General Eisensteck hatte die Schwerter zum Ritterkreuz mit Eichenlaub und einer hatte die geschlitzte grüne Bus Beck erfunden und war quer über den Kontinent von Amsterdam bis in die Nähe von Krakau gerufen worden der Tulpen wegen schönste Erlebnisse mit Rübezahl Mensch Nibur Junge hört denen doch einmal ihre Berichte dann hörst du über kurz oder lang den einen zum anderen mit fester Genugtuung sagen dafür hat mir der Kerl mit der Rübe bezahlt und du weißt die erzählen einander nicht vom Gemüsemarkt und wenn schon Pflaumen dann kommen ihnen nicht mit den blau gemalten aus Fräulein Bagdorffs Märchenbuch und wie Fräulein Bagdorff aussah kannst du ihnen überhaupt nicht mit ihr kommen mit Imme Elbeck könntest du ihnen kommen oder mit der heißen Rektorstochter in der kalten Mühle oder mit dem Nacken von des Steinsetzers Frau aber das Geschrei dann wenn du ihnen sagst am Nacken hatte das schönste Erlebnis sein Ende und das Geschrei erst wenn du ihnen sagst wie es mit Imme Elbeck bei Verdunklung hinter der Kirche war geht keinen was an und gilt ja auch nicht mehr weil danach Ursus Bär mit einem Schuss durch die Hinterbacken in die Heimat gekommen ist du Mark mir kommt eben ein du könntest jetzt hier König sein für heute wenigstens Erlebnis König und stecktest kaum in dem Joch in das dich der Schließer ohne Hals und der blankere Schließer in einer Laune gezwungen haben du hättest nur von jenem Begebnis erzählen müssen mit dem man dir kürzlich die Wartezeit verkürzte welche entstand weil man unter diesem Dach auf einen Bedarf an Gips nicht eingerichtet gewesen war Mensch Nibur du legst ja scharfe Dinger vor da klingt sogar der Gasmann konfirmandisch sagen sie mal Grenadier hat die Dame nun tatsächlich könnte man vielleicht genauere Koordinaten hören Sinus Amplituden und so klingt ja schließlich andeutungsweise kolossal gar nicht schlecht Kapitän für einen gemeinen Marine Infanteristen schon recht flott und wirklich etwas exzentrisch ja Niburs So hättest du dastehen können und ganz ohne irgendwem die Krempe vom Hut zu lügen ganz einfach nur die Wahrheit hättest du zu sagen brauchen die einfach unglaubliche Wahrheit und nur an der Einfassung der Geschichte hättest du ein wenig biegen müssen die Erlaubnis erwirken anstelle deines schönsten Erlebnisses dein Haarsträubens das Erlebnis mit einer Schönheit darzubieten und natürlich den Schluss der exzentrischen Begebenheit den hättest du wohl aussparen müssen wie er gewesen ist mit geschorenem Schädel und Würgen vor Übelkeit und mit dir als einem Mord der K aber nicht erzählte Geschichten haben keinen Schluss und deines Lebens Geschichte hat gerade einen neuen Anfang bekommen hat von seinen bisherigen Teilen nur behalten dass du ein Mordakar sein sollst ein klein fleckiger Mörderer und hat soeben hinzugewonnen dass du jetzt bevollmächtigter Ältester bist in einer stinkenden Mördergrube eine eine sehr herausgehobene Einzelheit und von allen Löffeln nun der erste in der Reihe der Hauptsturmführer war es natürlich der sich bald zur neuen Lage äußerte wir sind uns ja einig gewesen Herrschaften der Pole ist zu allem fähig zugegeben dass er so schreckliches er sinnt einen friesischen Milchbart Gott wenn das der Führer wüsste na los Grenadier dann mal ihre Regierungserklärung die Dinge fielen zurück in ihre alte Ordnung der wirkliche Häuptling im Dschungel Loch hatte gesprochen hatte es witzig getan also überlegen also war ich von keiner Bedeutung also konnten auch andere mit mir witzig sein bevor sie uns ihr Programm da tun sagte der General Eisensteck habe ich als Vorsitzender des Ältesten Rates nur eine Bitte an sie herzellen älteste verschonen sie uns tunlichst mit weiteren Zitaten aus den belletristischen Schriftstellern sie klatschten Applaus das nahm sich erstaunlich zivilistisch aus und als hätte eine Antwort etwas an meinen Problemen geändert fragte ich mich ob ich jemals Offiziere hatte Beifall klatschen sehen es gab in meinem Magazin nur ein paar Wochenschaubilder auf denen Leute in besternten grauen Uniformen die Hände rührten es waren Aufnahmen von jener Versammlung bei der der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda sich erkundigt hatte ob wir den totalen Krieg nun wollten Wir Nun ja ich war nicht dabei gewesen aber ich erinnerte mich es hatte mir eingeleuchtet dass man einen totalen Krieg machen musste wenn die anderen auch einen totalen Krieg mit einem machten und obwohl mich das kaum betraf war mir von allen Dingen an denen man einen totalen Krieg erkennen konnte eine Verordnung im Gedächtnis nach der es nun verboten war hoch zu Ross durch den Berliner Tiergarten zu reiten der ältesten Rad ist aufgelöst sagte ich und noch wie ich es sagte hörte ich meinen Worten staunend zu sah ihnen staunend nach wie sie von mir flogen grobe Giesel geschleudert aus dem Katapult das mein Großmaul war ebenso gut hätte ich sagen können von nun an sei es streng verboten den Weg von den Fenster Trallien zu den Tür Trallien zu Pferde zurück zu legen ebenso Verbrecher gehalten zu werden ebenso gut hätte ich sagen können Hauptziel meiner künftigen Regierungstätigkeit sei es uns alle mit Knickerbockern zu versorgen und im Übrigen sei ich ab sofort mit herbe vollmächtigter Oberlöffel anzureden der rheinische Gasmann mit seinem Sinn für das fröhliche erfasste auch die Komik meines Ausspruchs und sein Gelächter war von der Art die es auf Schallplatten zu kaufen gibt ich ging fast unter zu dem er meine Mitlöffel anregte und Stille wurden er und die anderen erst als der Schließer ohne Hals dem Gasmann eins mit dem Schlüsselbund übers linke Schlüsselbein gezogen hatte Stille blieb es auch als der Schließer ohne Hals mir eins mit dem Schlüsselbund über das rechte Schlüsselbein zog Stille und wohl sehr aufmerksam hörten wir alle ihm zu als er dabei mahnend sprach Stasi Cirli Stasi Cirli und es hatte wohl niemand Mühe dies als die Weisung zu verstehen ich solle in meine Aufsichtspflichten treten und für die unter diesem Dache und unter solchem Gelichter gebotene Ruhe sorgen ich betraf mich bei dem Gedanken ich sollte mich jetzt vielleicht in eine Ohnmacht retten und womöglich hätte ich gar die Konzession für ein Wegeschrei aber dieser Einfall war durch Erfahrung so sehr mit einer Mahnung gekoppelt dass ich die Mahnung auch gleich vernahm jetzt halte dich durch ich möchte nicht gern sagte ich dass mir der Herr ohne Hals das nächste Mal über den Kopf trischt da muss ich es lieber mögen Zellenältester zu sein es sollte wohl ein vorübergehender Spaß sein aber weil sie es alle so komisch fanden ist nun ernst daraus geworden solange hier Stunk ist haben wir Besuch mit dem Schlüsselbund aber der muss ja nicht immer den Gas man hauen oder mich so weit ganz richtig Mann sagte General Eisensteck aber was vergreifen sie sich da gleich an dem Ältestenrat ehe ich mich erklären konnte einigte man sich in erregter wenn auch geflüsterter Debatte darauf meine Wendung gegen den Ältestenrat als Revolte und Revolution und Meuterei und Putsch aufzufassen sie zerrten mich durch die Kriegsgeschichte von Taurocken bis zum 20. Juli dem einen kam ich wie jene Besatzungshand langer vor gegen die schon unser Leo Schlageteer kämpfte dem anderen Reichspeech ein und da wusste er auch von meinem künftigen Schicksal und einem dritten schließlich erschien ich wie ein einköpfiges Nationalkomitee freies Deutschland und was ich mir davon wohl verspreche SS-Mann und Mörder der ich sei auf die Dummheit ist Verlass hat Onkel Johnny gesagt und auch hierin hatte er recht dem Hauptsturmführer gefiel es nicht wie die Wehrmacht so eilfertig und gleichsetzend von SS und Mördern in einem Atem sprach er sagte es sei doch wohl beschlossene Sache gewesen alle Beschuldigungen dem Polen zu überlassen und wenn sie sich von einem infantilen Infanteristen aus der vereinbarten Fassung kippen lassen wollten wie wollten sie dann vorm polnischen Staatsanwalt bestehen den Gasmann begeisterte es sehr mich einen infantilen Infanteristen heißen zu hören er rieb sich das Schlüsselbein und wiederholte das Wort er fand es gut gesagt aber er fand auch die Zeit ein weiteres Mal zu erklären sein entwegen sollte der Staatsanwalt nur kommen das bisken amtsanmaßung dürfte selbst für polnische Rechtsverhältnisse eine Lappalie sein weil das schon niemand mehr hören mochte kam der Gestapo Kerl zu Wort und zwar mit einem Wort das mir einige Luft verschaffte und über das ich mich wunderte bis mir einfiel dass ein Kommissar der Staatspolizei ja auch zur SS zu zählen war ich finde das Benehmen dieses Vogels bemerkenswert sagte er und ich will es mir ganz bestimmt merken aber in Betreff Ältestenrat hätte ich keine Einwände bezüglich Auffassung des Vogels mir ist nämlich kein Erlass erinnerlich wonach das Führerprinzip zugunsten von Rätewirtschaft aufzugeben wäre die Mitglieder des Ältestenrates versicherten aufgebracht sie hätten dieses Problem lange vor Eintreffen des Herrn Hauptkommissar Rudloff geklärt gehabt bei der Bezeichnung handele es sich um eine die auch der Pole akzeptieren müsse und die Sache dahinter sei nur gedacht ein Instrument zum Schutze deutscher Würde zu sein Schöne deutsche Würde sagte Rudloff die sich hinterm Rotwelsch der Internationale verbirgt und die Tour dem Kind Bedarfsfalles wechselnde Namen zu geben trüge fatal semitische Züge als ob es nicht Fälle dieser Art gleich dutzendfach gegeben hätte man ließ ihm die Zeit einige Fälle zu erzählen in den meisten kamen Juden vor übrigens gedächte er sagte Hauptkommissar Rudloff den Blumenfeld als Zeugen namhaft zu machen sollte ihm hier einer mit einem Prozess an die Pelle wollen solltet er auch nur ein bisschen Ehre im Leibe haben dann würde er beeilen müssen dass bei Einvernahme durch Herrn Rudloff stets scherzgehobene Stimmung geherrscht habe scheißgehobene Stimmung sagte der Gärtner Beverin und freute sich unvorsichtig laut scheiß rausdrückende Stimmung wirst du den Besnittenen gemacht haben du Gendarm erzähl uns nichts ich freue mich für dir dass du auf die Ehrgefühl von den Juden hoffst der Jude hat keine Ehre der Hauptschirmführer stand auf und tätschelte dem Gärtner so sacht die Wange wie er es mit mir bei meiner Ankunft getan hatte und er sagte ja Beverin so jedenfalls haben wir es gelernt was aber wir sind ja schließlich nur schlichte Soldaten bleibt trotzdem die Frage Herrschaften was machen wir mit dem jugendlichen Widukind wo der Vogel recht hat hat er recht wenn der Pole den Jüngsten zum Ältersten macht hat er die Mittel seinem Wunsch Nachdruck zu geben und wenn der Pimpf für den Geist auf Bude gerade stehen soll dann muss ihn das Parlament ja stören nicht überzeugend was dann kürzer was will der Pole mit der Beförderung dieses Rekruten dass wir uns aufregen und auffressen oder andere Meinung also regen wir uns nicht auf und fressen uns nicht auf und lösen den Ältestenrat auf was ja nicht heißt dass sich unser Siegersmund rüstig unser Steuermann wider Willen jedem Rat verschließen wird glaube ich jedenfalls was glaubst du Beverin der Gärtner sagte er glaube das auch und als mich der Hauptsturmführer fragte erklärte ich auch ich sei dieses Glaubens es ist natürlich doch so gewesen dass mich alle behandelten als wäre ich durch ein untertäniges und denunziatorisches Bewerbungsschreiben zu meinem Amt gekommen sie hielten mir einen Fuß in den Weg oder sie sahen mich nicht oder sie fanden mich stets sehr erheiternd freilich blieb ihnen gar nichts anderes übrig als zur Appellzeit auf mein Geheiß hin anzutreten und dem volksdeutschen Lehrer blieb es nicht erspart als Dolmetscher nunmehr in meine Dienste zu treten aber dem Schließer ohne Hals war das alles nicht spaßig genug deshalb teilte er mir mit Hilfe des Lehrers mit er habe gehört ich sei so erstaunlich der polnischen Sprache mächtig zumindest was das Melden als Zellenältester anginge und Zellenältester sei ich ja in diesem Hause bereits seit beträchtlicher Zeit gewesen und da wollten wir die heutige Appellmeldung doch einmal wiederholen und erwartet und zwar in polnischer Fassung werde sie nunmehr von mir dem erfreulich jungen Zellenältesten es wird ein indochinesisches polnisch gewesen sein in dem ich die Meldung erstattete ich hätte aber auch so viel zu bedenken dabei erstens die fremdsprachige Fassung der anredenden Mitteilung Herr Aufseher der Zellenälteste meldet Zelle 51 belegt mit 89 Mann alle anwesend zweitens innerhalb dieser Nachricht die mir bis vor kurzem unbekannt gewesene Übersetzung des Zahlworts 89 welche geschrieben wird und keineswegs genauso einfach lautet drittens die Frage ob sich der Herr Aufseher nicht durch meine nordfriesische Art mit seiner Muttersprache und besonders dem einfachen Zahlwort 89 umzugehen verhonepiepelt vorkommen könnte und was daraus dann folgen mochte viertens wie meine Belegschaftskameraden die bis dahin ja nichts Polyglottes an mir hatten bemerken können auf die Entdeckung reagieren würden dass ihr grüner Ältester nicht nur frech redete sondern auch noch polnisch sprach fünftens ob die Bewältigung der mir vom kurzhalsigen Schließer gestellten Aufgabe diesen wohl veranlassen würde sich daraufhin ein schärferes Ding für mich auszudenken so ging es ja schließlich auch in jenen Märchen zu in dem einer ausgezogen war das Gruseln zu erlernen die hatten sich da alle Mühe gegeben dem Jungen auf die Sprünge zu helfen und wie ich diesen Aufseher taxierte war er imstande mich zum Gefängnis Ältesten auszurufen nur zu seinem Spaße zum Chef und Melder aller Anstaltsbewohner zu machen und mich zum Appell Berichterstatter zu ernennen über alles unter diesem Dache Herrn Dabrowski und den jungen Herrn Herzog und alle Straßenräuber und Ziegenständer und Heiratsschwindler und auch die Schönheitstänzerinnen eingeschlossen mein Gott musste das Zahlen geben wo 89 schon so endlos und abwegig südusasiatisch klang ach wie gruselte es mir wie gruselte es mir nur einmal angenommen ich sollte sagen was für mich ein Wunder sei und ich sollte mich bei der Zahl der Beispiele beschränken auf ein halbes Dutzend dann spreche ich bestimmt auch vom Schlaf in dem man doch findet obwohl die Welt in Flammen steht oder vernagelt und vergittert ist oder obwohl man gerade Zellenältester geworden ist im polnischen Zentralgefängnis in Polens Mitte wo Polen die Schlechtesten am strengsten verwahrt in Warschau wo man den Stein bemerkt der auf dem anderen geblieben ist dort mit solchem Amt versehen im Käfig als ein Hündchen unter Tigern ein Hündchen mit dem Auftrag die Tiger nur zur Ordnung zu beißen dort und so dann doch zu schlafen das nenne ich ein Wunder das Wunder währte eine süße Weile ich nahm den Platz im Verholeck wieder ein von dem mich der Ältestenrat verwiesen hatte schließlich hatte ich den Ältestenrat aufgelöst und war der Älteste selber das Hündchen musste den Tigern die Zähne zeigen und wenn zu einem Gipsarm noch kommt dass man der Älteste ist braucht man einen Platz zum Verholen das Verholen währte eine süße Weile vielleicht ist das ungerecht gegen all die anderen Städten an denen ich schönen Schlaf gefunden habe aber ich glaube so tief und blank und rein versunken wie ich auf dem Sonderplatz neben den ächzehnten Löffelreihen als bald versunken war so rein und blank und tief bin ich davor höchstens einmal versunken gewesen und seither überhaupt nicht mehr das eine Mal ist in jenem Hühnerstall auf Rädern gewesen der in einem Januarwald gestanden hat und um ihn herum war Krieg da glaubte ich noch ich sei nun allem entkommen da hatte ich aus meinem Blut alle Stärke aufgebraucht und hatte die Kraft nicht mehr irgendeine Beschwernis zu merken da war ich schneller als grüne Flugzeuge und Flintenkugeln gewesen und ein Sieger also da wusste ich noch nicht wie nahe ich schon einem polnischen Bauernbette war dem engen Raum zwischen seinem schadhaften Federkern und den staubigen Hüttendielen das war ein Schlaf gewesen auf drei Halm Stroh und einem bergalter Hühnerscheiße aber was war das für ein Schlaf gewesen und was für ein Schlaf ist mein erster Hündchenschlaf in der Verhohlecke gewesen er währte die kurze Zeit die Wunder wären er ging ohne Traum kam ohne Zutat aus war ein Schlaf von geradezu mathematischer Reinheit und war doch so beschaffen dass ich ihn nicht bewusstlos hinnahm sondern ihn zu schätzen in der Lage war von seinem Rande her ich wusste dass ich glücklich schlief und welch ein Glück ist das und welch ein Wunder dann aber einmal habe ich geglaubt nun fände doch noch Träumen statt denn mir ist wo ich eben noch gänzlich außer mir war so gewesen als wäre jemand an mir machte sich an mir zu schaffen hielte mich gepackt und schaffte mich fort und ich dachte das hat ja auch nicht gehen können so viel Glück es haben mich mehrere gehalten haben mich getragen und von den Händen sind welche dabei gewesen die ich zu kennen meinte sehr knochige sehr große Gärtnerhände einer hat mein linkes Bein gehalten einer das rechte einer hat den Arm in Gips besonders und vielleicht auch besonders sorgfältig geführt und der Gärtner hat seine Arme unter meine Achseln geschoben und hat die knochigen Hände auf meiner Brust gefaltet gehabt so weit war ich mit meinen Feststellungen gekommen als ich meine Lage ein weiteres Mal änderte ich wollte gerade ein Geschrei machen weil der Grund zu meinem Transport bestimmt nicht von gutem Charakter war als mir auch schon ein Griff den Mund verschloss und ich den Hauptsturmführer dazu sagen hörte ruhig verhalten Kapitän seemännisch verschlossen den Mund verschlossen halten jetzt geht es in die Fluten der Mann verstand es mich am Leben zu beteiligen ich war sogleich interessiert und willfährig war ich auch denn als der Gärtner mich merken ließ daß er mich auf den Knien wollte ging ich in die Knie und es war zu spät mich zu erheben als ich gewahr geworden war wovor ich kniete ich kniete vor dem Klobecken und der Gärtner hielt mich in einem Griff den man Doppelnelsen nennt und der ist dem Greifer gestattet den Kopf des Gegriffenen weitgehend nach Belieben zu richten und zu drehen es beliebte Jan Beveren meinen Kopf in die Kloschüssel zu pressen mein Gesicht passte ganz gut in die Aussparung die in dem Becken ist damit das Ausgeschiedene einen Ausgang findet übrigens war das Sanitärmöbel sauber weil Generalmajor Netzdorf den Tag mit einer zweiten Eigenkörperbereinigung zu beschließen pflegte was jedes Mal die Frage aufscheuchte wieso denn dieser Mensch zweimal wo man selber drei Tage brauchte für eine merkliche Füllung vom Darm wenn ich sage mein Gesicht habe ganz gut gepasst so heißt das freilich den Anteil des Tulpenfachmanns herunter zu spielen ohne den Druck den er mir ins Genicke setzte hätte ich längst nicht so gut gepasst zwar hat er mir die Nase etwas ein Nasenloch noch Luft gekriegt hätte zwar hat er mir die Lippen ein wenig stark gegen das glatte Stein gut genötigt aber auch wieder nicht so dass mir die Zähne in den Mund gebrochen wären im Gegenteil gleich sollte sich zeigen wie sehr es meinem Freund Jan um eine gewisse Bewegungsfreiheit meines Mund ging das war der Fall als der Hauptsturmführer die Kette zog und ein Sturzspülwasser herunterstürzte in das Becken in dem es aber nichts zu spülen gab denn einzig mein Kopf war dort und hielt recht feste Verbindung zu meinem Halse und befand sich überdies bei Gärtner Beveren in sorglichen Händen mein Freund Jan fluchte weil er sich die Ärmel nicht aufgekrempelt hatte und ich hätte auch fluchen wollen aber dazu war es nun wirklich zu beengt in der Röhre und das Wasser stand mir vom Scheitel Augenblick in dem mir nur noch die Wahl blieb entweder im Klobecken zu ersticken oder im Klobecken zu ersaufen ich entschied mich fürs ersaufen der Gärtner half mir dabei indem er mir Raum gab die verpressten Lippen aufzuspalten und die verschränkten Zähne voneinander zu tun ich schluckte auf so neuartige Weise viel und es wäre noch mehr geworden wenn nicht ein Großteil des Wassers an meinem Mund vorbei ins Kanalloch abgeflossen wäre fertig machen zum Fluten Kapitän rief der Hauptsturmführer hinunter zu mir in die Steingut Mulde und für Jan Beverin war es das Signal mich wieder fester in den Muldenausgang einzupassen dann schlug mir das Wasser erneut über die Ohren und durch das Wellengetose hörte ich ein weiteres Mal den holländischen Tulpenmann fluchen und ein weiteres Mal ließ er mich vom Wasser erst schlucken als es mich zwingend nach Luft verlangte im Klosett ersäuft das gibt es doch nicht dachte ich und wußte besser als ein anderer auf der Welt wie sehr es das gab lande in Sicht Kapitän dröhnte ein dröhnender Hauptsturmführer nun schlucken sie mal nicht die ganze Brühe oder wollen sie die Kanalratten aus trocken ersetzen er dröhnte gar nicht und vorher hatte er nicht geschrien er flüsterte gar und musste neben mir in die Knie gesunken sein denn ich spürte ihn fühlte seinen Hauch an meinem nassen Ohr und wußte auch dass er in solcher Nacht an solchem Ort bei solchem tun nicht schreien noch dröhnen durfte ehe du hier den ganz verderblichen schluck aufkriegst flüsterte er mir in das Becken so dass es schreiend wieder dröhnte ehe du dich unverträglich vollschlauchst mein Sohn anbei eine unverbindliche Kursempfehlung immer unsere Richtung da bleibt der Arsch aus dem Wasser leck mich doch dran sagte ich und der Mund tat mir weh dabei und die Nase auch der Hauptsturmführer lachte sehr leise und flüsterte so hat man sich den deutschen Grenadier immer gewünscht los Beverein schafft einen Spülgefährten auf seinen Platz der Vogel scheint ein wenig Flügen lahm der Gärtner setzte mich behutsam auf den Asphalt als wäre ich eine Tulpenzwiebel und sollte eine geschlitzte grüne Busbeck werden ich weiß nicht warum es mich so traf dass sie mich einen Vogel nannten sagen wir ich wusste es in der ersten Minute nicht schon in der zweiten verstand ich mich besser es war ein Wort von Altersher ein Herren und Schinder Wort auf das die Herren und Schinder in Gott weiß welcher Laune verfallen waren den Jungen der mit einem Turnister voll nassem Ostseesand um das Lager gefiert marschiert war den hatten sie auch einen Vogel genannt und die Telefondrähte anstelle der Trageriemen hatten ihm das Braunhemd in die Haut gerieben warum gerade Vogel warum nicht Känguru oder Kaulquappe oder sonst etwas Ungestaltes ein Vogel ist doch eigentlich schön eins unserer frühesten Traumbilder ist er doch fliegen möchten wir können wie er wir beneiden ihn und träumen uns ihm nach wie also wird dann so ein Schimpf aus seinem Namen ein Schinderschimpf von tiefster Verächtlichkeit das war nun meine Sorge du Gärtner sagte ich und es war nur ein verquollenes Gurgeln dass du nicht denkst du kannst einen in den Locus halten und er zahlt dir nicht dafür brauchst du mir nicht vertellen flüsterte er was kommt wenn keine Freiheit ist in Freiheit hätte ich dir gehalten bis du nichts mehr versprechen kannst er seufzte bekümmert und ließ mich mit meinem Kummer allein mit meiner verquollenen Visage die nun wohlgestalt wie mein Gipsarm war mit den Ohren voll Wasser mit einer Nase aus der immer noch Wasser lief aber nicht aus den Augen nicht aus den Augen Vögel heulen nicht wir Vögel heulen nicht Krokodile haben Tränen und Hunde manchmal auch aber wir Vögel haben trockene Augen wir sind ja auch älter als der Mensch und haben mehr gesehen als er wo sollte da noch Feuchtigkeit herkommen für unser Auge wir sind wovon die Menschen manchmal träumen beneidet sind wir ein 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 Zeitvogel und niemand das Hündchen ein 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 Untertitelung des ZDF, 2020